Habt ihr das mit der Kanone schon fertig? Ja. Hallihallo, die streiten sich noch über eine Kanone und wer hier mit uns spielen darf. Und ich begrüße euch erstmal. Willkommen in meinen Stream. Wieder heute Abend, wieder mal kurz vor 22 Uhr. Sogar heute ein bisschen früher als sonst. Bounce! Da sind wir wieder. Die hässliche Nase namens Felix, der Domi, der Nico und der Robert. Ja. Hallo. Alle wieder voll am Ausrasten hier. Hallihallo. Aha. Aber richtig. Warte mal, ich mach die Musik mal noch ein Stück leiser, glaube ich. So. Yeah. Wer ist denn jetzt noch nicht bereit? Achso. Oh, ich. Das kann er doch nicht machen. Oh, es geht. So, Chatfenster ein bisschen nach unten ziehen. Sehr gut. So. Eskalieren. Oh Gott. Dieser Song, ne? Ist das mit der Kanone schon fertig? Warte nochmal. Mit der Piraten Kanone? Ja. Echt? Echt? Boah, was? Was muss man denn da machen? Mir fehlen 50. Mal jemanden mit der Kanone treffen. Alter, waaas? Das ist die beschissenste Aufgabe überhaupt. Digga. Aber ich hab ja Helfer, vielleicht kriegt das ja irgendeiner hin hier. Ich krieg das hin, mir einzupissen. Nico? Otto, hey. Aufstehen denn. Ey Nico. Was ist? Was geht denn nun? Was geht? Keine Ahnung, nix. Ich hab einen Monat lang nicht gezockt, alter. Leid. Leid. Otto? Okay, ich geh mal raus. Wir hätten da einen Punkt gesetzt. Jetzt seh ich's nicht. Domi? Alles klar. Echt? Ja gut, das hab ich jetzt noch nicht gesehen. Ich hab vier Dings. So. Ist meine Ost, West, Nord, Süd. Ne Domi, du hättest mal noch Dings eintippen müssen, dass dir jemand hilft. Dann hätte ich zum anderen Punkt schon mal fliegen können. So. Ist dir jemand hilft? Was geht denn ab? Halbier, dass er passt? Ja, aber man kann das jetzt machen. Kannst du auch. Dann gehst du auf die Aufgabe rauf und dann steht da Gruppenhilfe. Und dann kann dir jeder helfen. Wobei? Ich verstehe das gar nicht. Dann bei den Aufgaben. Dann bei den Aufgaben. Dann bei den Aufgaben. Dann bei den Aufgaben. Battle Pass. Ah! Wissentliche Aufgaben. Ach ja, stimmt. Ja, weiß ich nicht. Alter, Leute, ihr kennt mich. Ihr wisst, dass das bei mir irgendwie... Ja. Ist das Haus weiter kaputt gegangen? Ja. Ist mir so selten gewesen, ne? Der Baum ist abgefahren. Ja. Ich komm wieder als letztes an. Wuhu. Und ich hab Steine gefunden und ne Falle. Yeah. Wer? Ich bin so gut. Ja, gönnt euch. Ich falle nicht rein. Gönnt euch. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo was anderes finde. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo was anderes finde. Waffe. Ja, ist doch egal. Ich kacke eine Waffe, ne Pöppels. Mies. Ich hab so ne Klebe. Kleine Mistwaffe gefunden. Und er findet da was. Moni? Ist der Sturm. Ja, ach, ich find schon was. Hey, schau mir was helfen. Ich brauche Hilfe. Wie soll denn? Ich muss jemand hochbauen. Ich will die Runden. Was soll denn? Ich hab keine Mets mehr. Hier. Unter dir, Domi. Mich, mich. Äh, weiter nach rechts. Äh, ne, weiter von dir nach links. Wie schafft man sowas? Äh, ich soll eigentlich nur hier rein, in diesen Tunnel da unten. Da in diesen Tunnel da, wo ich irgendwo auch noch bin. Mehr euch nicht. Nein! Oh Gott. Ach, du Schwande. Hier. Ah, andere Seite. Ach, da unten. Ja. Vielleicht müssen wir eigentlich. Alter Scheiße. Ich hab keine Waffen. Boah, ich hab mich erschrocken, Alter. Ich hab keine Waffen. Da hab ich zum ersten Mal wieder mal PUBG, also das erste Mal überhaupt PUBG gespielt. PUBG. Ich hab chill. Verstehe dir? PUBG. PUBG. Ich hab chill. Hier wird mal stehen. Und da muss ich mir, äh, ich muss echt sagen, dass, ja, das auf PC geil aussieht. Ja, Waffen wäre geil. Deswegen versuche ich auch gerade ein bisschen weg zu kommen von diesem Einzelhaus hier. Ja, dann geh doch mit mir auf die Ramp-Bomb. Wenn man? Du willst auf die Wenn man? Da gehst du aber die Zone in echt um mich. Guck mal wie weit hier ist. Ja, ich hab ja gedacht. Ich hab Luftballon, dass alles gut ist. Ich krieg nur Luftballon, sondern davon. Das ist schön für dich. Überall, kann es schlimmer werden. Ja, du, vier Sieger hab ich heute schon gehabt. Alter Schwede, ne? Drei im Team und ein im Sohn, äh, äh, im Duo. Was ist los mit dir, ne? Ja, denn ein Team Sieger auch mit acht Kills. War fett. Er ist auch Killer, weißt du? Er ist einfach nur ein Killer, alter. Wer ist Killer? Hubert. Guck mal. Unser Monster. Schämtchen. Aber wenn ich mir so ein PayPal konto machen, ne? Ja. Kostet aber nichts. Ja, das kostet dich nix erstmal. Also du kannst Geld drauf überweisen, was halt zum Vorteil ist. Aber musst du nicht. Also die Uhrisch ist das sowas wie, keine Ahnung, für Leute, die einfach nur müssen haben Geld drauf zu überweisen. Ja, die halt gerne Geld kriegen oder, ne? Sich Geld schicken. Ja, auch. Aber damit kannst du halt auch einkaufen, ne? Du steuern. Das wird alle übel. Übersteuern. Das ist ja zu verdammt laut, Leute. Dann steuere auch auf Spielchat rüber den Pegel. Du musst euch drehen, unterstrichen. Also auf, äh, ne, nicht auf Spielchat, sondern ähm, du weißt hier. Spiel Sound. Da soll ich dich denn? Warum nicht? Das ist schon, Alter. Der braucht, braucht immer noch eine Farm. Äh, im Prinzip bräuchte ich alles, aber ist mir egal. Ich finde schon was. Warte, ich springe, dann hab ich ja noch ein. Nö, hab eine. So. Ich sag doch, ich finde doch was. Hier liegt noch eine Pisso. Aber muss noch nicht bei PayPal diese Karten nochmal eingehen, aber wie es heißt? Äh, dein, äh, Bankkonto, ja. Die müssen jetzt Beschränkung. Die müssen ja auch wissen, wohin sie es überweisen sollen, ne? So. Ich weiß nicht, haben die eine Altersbeschränkung? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab das schon eingeführt. Ich hab den Rest, komm mal her. Komm mal her zu mir. Äh, wo bist du denn? Du warst, du warst, du bist bei mir? Oh. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh, ja. Eine Waffe. Uh. Das wär ja schon ein bisschen geil, ne? So. Ah. Was liegt denn hier noch rum? Alter. Äh, nö und nö. Und nö und nö. Ja, könnt ihr nehmen. Ist mir egal. Freunde. Und wie weit müssen wir noch? Ja, komm. Die Hälfte haben wir. Meine Brüppel. Aber ist egal, dann. Eben, ne? Links. Oder? Ach weh. Ach hier, ich seh. Links auf weh. Ich seh. Ach, ihr seid schon mal weg. Wir sind schon da vorne. Alles klar. Alles klar. Cool. Nämlich für der letzte, der kommt. Ist ja auch egal. Oh. 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 Von rechts ist noch einer. Es ist zwaggelt, man spielt gerade so was los. und das nur weil ich alle augen sind jetzt auf sich felix lange man sich in der zukunft ist schon immer zu egal wenn wir mal wieder den tod kennt mich ja wieso wackelt das war zu rum das macht ganz schön bei dir ja aber will all der übel was steht da 75 die zoner auch ich wollte die schruppe noch ja aber ich werde sowieso stellen muss ich schnuppe digga das nicht gta alter überlebe ich sowieso nicht gegen bleib doch mal stehen da immer kilometer weit laufen weil warum zwar gilt das denn heute so was ist denn los aber mal auf jetzt lass mich doch mal in ruhe wo seid mir von rechts ist ja ich weiß aber den seh ich konnte nicht doch da jetzt müsste der wie schlecht heute liegt das liegt das daran dass es packt oder mich wirklich so scheiße beides das gute war es gar nicht drauf und triffst ihn deswegen sage ich ja deswegen sage ich aber ich bin auf ihn drauf und treffe ich nicht weißt du das ist genauso genial was bauen die sich da auch ist ja niedlich warte mal nicht schießt du taucht das falsche so weg damit ja solle war rechts beim becker sagt 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 ist ja ich mag es bei den garantiert auch um nach scheiß doch drauf ich werde ich sterben alter du du musst auch in die zone guck mal wie weit das ist ja als höchste alleine schaffen weißt du ich wollte jetzt ein bisschen spaß haben weißt du nein ja ich weiß auch nicht warum alter fahr doch let's go wuhu scheiß auf alle ist wo wo wie macht man das wo links scheiße was tue ich verstehe das nicht links aber mann ich mache es halt schon wieder l1 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 tatsächlich ja um es wieder aufzuladen ja alte satz mit x ja leck mich weil es sind steinkriege zerkloppt weiße die können mich mal lass mich lass mich doch das ist so dumm alter scheiße fängt er wieder gut an heute mann das ist ja was für mich schrecklich er läuft schon mal besser als mein pubg's dream den muss ich wieder löschen alter der war so schlechter pubg's dream das ging gar nicht zuallererst habe ich erstmal vergessen den ton anzumachen total genial da hat die kamera gesponnen und alles alter das war so behindert da hat echt nichts funktioniert gar nichts ach ja ich muss mal wieder weiter sammeln bei dir ne ja wenn das mal wieder geht weil heute nachmittag hat es nicht funktioniert ich versuche es mal wieder ich brauche dringend mehr weiteres ich habe glaube ich schon 800 das geht aber ich will nachher wieder raus starten mit ihr ja wie gesagt auf meine anfrage reagiert er gerade nicht so ich weiß nicht warum also es hört doch so wie hast du das eingestellt dass man dir helfen kann ich hab bloß nur einsprungen ich muss bloß nur einmal holen aber gut du mir ist nicht mehr zu helfen sagt er und dann machst du meine kanonenaufgabe ich muss aber die hände ne ja oh doch funktioniert doch sehr gut was geht denn muh alter irgendwo dahin hier glaube ich das korte oder hier irgendwo dahin irgendwo dahin schnuppi 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 bau ich will direkt rein rausgehen 50 53 450 54 50 50 58 50 50 50 50 50 ich bin hier was los ein bisschen konzentriert weil mein ping gerade anzeigt dass er mich am arsch lecken will europa spiel ich eigentlich ja ich hab grad ein ping von annähernd 300 alter das ist richtig krank aber du markiert hast du mein hat mal ein ping von annähernd 300 alter dann was was los ist ich glaube wir müssen woanders gelandet aber kann da ein bisschen später als euch aus versehen aus aus versehen wollte ich bei euch nicht mitfliegen also nur aus außerdem ja ich nehme gerade aus versehen dieses wikinger dorf auseinander war es wohl zu tief und bist auf dem berg gelandet was für ein berg ich bin hier auf berg gelandet das ist ähm wickelger da oben das fehlt auch wo bist du denn ich bin ein wickelger doch ach du bist blau aber das ist doch da oben ich weiß gar nicht links oder rechts von euch ich dachte du wärst auf dem ding ich hab grad nicht aufhören nö nö ich will waffen suchen du weißt schon du brauchst nur einen pump ne am besten nur die grüne nicht die graue wer weiß wer weiß was ich noch so finde blaue brauchst du nicht die kannst du mir gehen die ist nicht so gut die ist echt schlecht die macht nur noch einer schaden ich weiß ja dafür klar ja er ist felix ist mit seiner gang ausreichend weißen zurückgekehrt siehst du da war eine pump nice ich steh drauf schwule verbrot scheiße ne eis aber wenn ich schul wär dann müsste ich das eigentlich schon wenn du es nicht das war nicht also ich bin nicht nie glaube ich glaubst du glaubst nein nein ich bin nicht schul nein ich bin ich stehe so auf weiber also auf so mädchen weißt du ich hab jetzt ja nicht so dass ich schon mädchen habe aber ja lol mädchen find ich auch geil wie er versucht sie 5 min lang zu rechtfertigen ja er versucht sie 5 min lang zu rechtfertigen so ähm das geht auch nicht wie viel schlürf ihr denn so totales abstreiten dass man schwul ist und ich 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 euch schon nix anspulen oh mein Gott ne mit mein Gott hat das nix getrunken und wenn es auch nicht auch wenn es nicht ist aber trotzdem wenn das sein will wer was dagegen hat ne oh ist wieder ein Tor gefallen oh 3 1 für 2 ja wenn es die ganze Zeit ist Lippenstiegen hab ich doch markiert und auch gesagt dass da einer ist sorry du model das ist schon alt ich weiß ganz doll das ist schon auch alt was ist mit euch heute ist mit dir ich weiß es nicht ich brauche hier gerade Wände ab ich brauche Stein oh ich soll langsam mal loslaufen ne ja ach die Zone ist doch gar nicht so weit weg das geht doch ja genau das geht doch voll klar ich muss ja bloß irgendwie runterkommen ich so jetzt bin ich unten ich laufe hier noch ein paar Meter bin ich in der Zone ich weiß gar nicht wo ihr seid ihr ach hinter mir ja wollen wir einen Jumpe nehmen ich geh am Jumpe ja zum Notfall hätte ihr auch noch einen Riss gehabt das ist doch voll egal nein Digga ich mach keine Facecam jetzt gerade am später wiederholen ich hab mich auf jeden Fall ich hab mich auf jeden Fall ich hab mich auf jeden Fall Alter was Otto also nein schwule Hunde ja da kommt da kommt das Wort schwule Hunde das ist gar nicht so selten wie man denkt das ist gar nicht so selten wie man denkt für schwule Hunde das gibt es ja öfter als man denkt um ne Felix ich hab dir vielleicht auch ne Slirpnis ich hab ein Slirpnis mitgenommen ich kann nur ne Bigi geben ich hab zwei Bigs ja dann gib er ein Bibi Slirpnis kann man ja an dem nicht schnitt uah scheitere头 Wer nimmt schon dieses Scheiß-Geschütz mit? Oh, Alter, verdammte Kacke. Danke, Mann. Oh, ist das Nervtippen, Alter. Ach, Halle-Mö-Mö-Mö. Oh, ist das Nervtippen. Ach, so muss ich ja hier durchblenden. Oh, Alter, eher ich kann solltieren, ja. Halle-Mö-Mö. Ja, freudigend ist gar nicht so, ne? Ist irgendwas gut zu den Automaten? Ach, ne, Automaten nicht mehr, ne. Boah, Alter. Ja, schieß mich mal ab, Alter. Ist voll okay, Mann. Ist voll okay. Aber lass mal ein Hund leben, ja? Der hat dir nichts getan. Ich hab ihn grad voll zwischen die Augen gezielt. Au! Ich bin auch schon zehn Minuten vorher losgelaufen, ne? Ich wechsle immer mein... Ich guck ja jetzt überlebt. Ach, du Schande, da vorne Baumwächer. Gegner wo? Ja, hab ich gesehen. Mach, ich hab ein Jagdwehr. Wo? Wo? Gegner wo? Gegner wo? Hallo. Hab ein. Ach was. Ach, Halle, Mann. Oh, ne. Oh, ne, 45 Meter. Ich bin ja schmisschen, oder? Haha. Ja, aber jetzt mach's nicht mehr Zeit, da. Schieß mal rein, da. Ich hab mal 15, Schuss. Komm mal mit. Warte, die hauen ab. Komm mal. Die die abhauen, Alter. Was sind das für Pussys, Alter? Die bleiben aber hier oben. Die bleiben aber hier oben. Hey, hier ist doch irgendwo einer. Ja. Von oben auf dem Dach. Von wo, von wo, von welchem Dach, so. Der baut mir ja die ganze Zeit zu hier, was ist denn los mit dem Typen? Ja, Digga, kommt noch einer von der Seite. Ach, das gibt's doch nicht. Dein Arsch, Alter. Das war einmal niedergestreckt, ey. Ja niedergestreckt hab ich auch einen, aber gekillt leider nicht. Fuck it up. Das ist ja mal so, konzentriere sich auf eine Truppe, kommt die andere von hinten, Alter. Ich schließe es mal an. Damit er zufrieden ist. was ist denn jetzt hallo ist das bescheuert sehr schön muss auch dazu sagen ich zocke jetzt beinahe täglich mindestens einmal fortnight also mindestens eine runde ich habe dafür jetzt massig geld ausgegeben und ja irgendwann muss man das einmal spielen das hätte ich jetzt aber nicht gesagt doch genau das ja was ja nie eine rolle wenn ich online bin von daher scheiße ich glaube nicht sind wir keine ja meistens bloß johannes und den habe ich jetzt aber gerade nicht gesehen johannes ist auch schon lange nicht online ja das ist wahr ja den habe ich heute noch gar nicht gesehen aber heute habe ich jetzt habe ich halt erst fortnight heute tatsächlich mal ein bisschen später wie ich gerade in der lobby war wie ich gerade in der lobby war ist mir auch anders weit gedritten also spielte also später auf offline gestellt wird mann 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 wo lande ich jetzt wo lande ich jetzt wo lande ich jetzt viele gegner oh ja viel zu viele extrem leute ja sogar aus vorn gekickt ja das bist du alter ich hoffe doch die einbrügel sogar ja auf mich wird geschossen alter ja wieder auf zwei richtungen super hier ist halt nur eine kiste alter fett ja leck mich doch geh doch weg du also kind alter ich schwitze bei mir in der luft in die kopf ich bin tot gerade gestorben hinter dir konnte doch beim ersten kill zu gucken nämlich gestorben weil er ja weil die schüsse die auf dich gehen sollten mich getroffen haben da war ich jetzt dann tot der schießt halt immer noch da rein weißt du der lebt halt noch ich glaube genau der hat mich abgeknallt der bastard so ein kaputt doppelt ist das gleich mal so schlecht ja wenn man damit gut umgehen kann auf jeden fall so jawohl schrecklich wieder mal blendend das würde ich behaupten kommen wir uns diesmal irgendwas dann bitte ja ein midi was muss ich mal eliminieren gegner mit der piste kurz komm ich dann noch mal eine herausforderung auf hä wie kann ich euch denn ich kann nie wie kann ich das mit dem zugweißen machen ich das nicht was ist das was dann muss dann wenn du jetzt drauf bist ja wie komme ich denn noch auf koppelt an arm und ex drücken ich sag was sagst du das steht doch gerade versuchen mann ach so ja stimmt ja gut woche zwei hat nein nein ich habe zu viel gewürfen ich habe zu viel gewürfelt nein oh nein 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 ey ich hab Falco dafür verloren Ich mach mal meine Danks. Oh, die anderen laden mich grad ein. Dann kann Johannes sonst wieder rein bei euch. Von mir aus. Dann geh ich zu den anderen rüber. Alles klar, dann hören wir uns. Ich zieh durch. Vorher zum Schabin, Johannes kurz. Ich hör auf wieder. So, ein Stream erstmal wieder starten. Flo, bist eigentlich noch da? Johannes, möchtest du mitspielen? Wir brauchen noch einen Mon. Ja, oh, Entschuldigung. Guten Morgen. Felix. Jetzt sieht man mich auch. Ach, hast du jetzt Kamera an? Die hab ich mit rein. Die nicht. Die will ich mit drinne. Ach komm, ich hol mir mal V-Bugs. Ja, hol dir mal Bugs. Hol dir mal Bugs. Ordentlich Bugs reinhauen. Ey, wenn nicht du wär. Wenn nicht du wär, füllst du jetzt V-Bugs. Kapper. Pech? Ich spiel da nicht mit. Hä? Konne, ich mach. Wozu bräuch ich denn V-Bugs? Mach so bestimmt nicht. Im Shop gefällt mir eh nix. Also, wozu? Im Shop gefällt mir gerade eh nix. Ich hab mir nur 14, oder? Außer, was ist das? Schwer beschäftigt. Naja, gut. Brauch ich jetzt nicht. Wenn das einer machen würde, ist ja heftig. Dann könnte ich mir diesen... Diesen... Schieb mir ran tun. Der liegt noch. Dirty Clown. Oh, Dirty Clown ist dabei? Alter, den muss ich unbedingt in die Party einladen, Alter. Warte mal. Das ist Dominik ist das. Warte mal, ich lad den mal ein hier. Ey, ich bin so schwer. Ja, das ist aber Dominik ist das, Alter. Das ist Dominik. Domi. Komm mal rein hier, Alter. Komm mal in die Party, Alter. Lass mal quatschen. Ja. Auf Ehre gib mir 10 Euro, Kappa. Was? Auf Ehre gib mir 10 Euro, wenn ich es mir nicht riefen kann, Kappa. Ja, klar. Ja? So, jetzt warten wir nur auf die anderen Jungs, damit die noch auf bereit klicken, Leute. Und dann sind wir bereit, wa? Oder hat der Dirty Clown mal wieder kein Headset? Er hat ein Headset. Dirty Clown. Aka Dominik. Er geht voll ab, sagt er. Dominik? Hallo? Er redet nicht mit dem, sagt er. Ja. Ich glaube, er muss da nicht. Vorsicht. Hat er jetzt das oder hat er nicht? Das weiß ich nicht. Muss groß. Ich bin größer. Ein Gruß, Mom. Muss groß 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 groß. Ja. Darf Cam zum Spielen kommen, Alter? Ey Felix. Ja? Zieh dir einfach mal ein Gesicht rein, Alter. Wie bitte? Zieh dir einfach mal ein Gesicht rein, Alter. Du meinst du soll jetzt mal dein Stream vorbeischauen oder was? Kurzei. Äh, ich hab gar keine Mitteilung bekommen. Habe ich dich überhaupt... Das schenk mir auf die Lapp drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt abonniert habe. Fort. Ja. Neid. 1, 1, 2. Warum eigentlich 1, 1, 2? Keine Ahnung, wie ich letztlich darauf habe. Ich hab wahrscheinlich an meine Feuerwehr gedacht. Wahrscheinlich. So, ne, hab ich den noch nicht abonniert. So, Abo. Ja. Kann ja mal reingucken. Wenn du mal streamen und nicht streamen. Wen? Dirty Clown? Der, wo du jetzt bei uns mitspielt. Dirty Clown, natürlich. Das ist Dominic. Sag ich doch schon die ganze Zeit. Der arbeitet halt da, wo ich arbeite. Das ist ein saukorrekter Typ. Bloß irgendwie funktioniert sein Headset. Wer nicht oder hat einfach keins. Ich bin fürs zweite. Ja, aber jeder hat irgendwie ein Headset, weißt du? Bei der Playstation kriegst du eigentlich gleich eins mitgeliefert. Oder so, weißt du? Soll ich einen Schuss abkomme, nehme ich einen Riss. Weißt du? Oder man kann ja auch so ein Handy-Headset benutzen oder sowas. Geht alles. Hauptsache, dass auch so ein Ding da so für telefonieren halt ist. Ja, war ja das Headset, ne? Also nicht, dass du jetzt so ein Ding hast, hier so ein iPhone oder sowas. Das geht natürlich nicht. Aber ansonsten. Falls ihr irgendwas drin geguckt habt, ich hab 31 Euro Headset noch. Herrgott, ich hab grad ein 50 Euro Headset auf dem Kopf. Also viel teurer ist das jetzt auch nicht. Nö. Na ja, typisch jetzt. Ja, mein 100 Euro Headset ist ja leider kaputt gegangen. Muss mir bald noch eins kaufen für 200 Euro. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß. Mich verweht das so, ne? Wenn ich nicht einfach nur ein Stream sehe, alter. Das ist so verwirrend. Jo. Boah, das geht eigentlich für dich. Mittlerweile, also man gewöhnt sich dran. Ja, ich mach's. Ja, das ist ja. Es ist ja. Ich schüm jetzt umso öfter. Wer kämpft gerade? Oh, der Clown ist tot. Oh, scheiße. Wo ist der gestorben? Äh. Da, wo ich jetzt hinlaufe. Im Norden. Richtung Norden. Ich komm mit dir mit. Komm mit dir mit. Ja, die müssen bei dir, die müssen bei dir sein. Die müssen oben bei dir sein, glaube ich. Wenn die Dirk jetzt ja mal reden könnte, wäre es echt gut. Dann könnten wir wissen, wo die dran. Alter, ich komm mir halt nicht hoch, ne? Das ist ja herzhaft. Alter, ist natürlich nicht. Ist ja nicht der Unterspringer. Seh ich auch nicht, aber ich weiß, dass die hier sind, alter. Hä? Sieht bei dir das Eis auch ein bisschen komisch aus? Wer ist Eis? Hier, unten? Äh, geht. Was ist da unten hier? Nö, sieht blau aus. So paar, sag ich mal so wie Punkte? Nö. Ich auch die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wo die sich rumtreiben. Draußen. Wir sind draußen, Leute. Ja, ich war ja gerade draußen, aber... Warte mal. Wo genau? Ach, unter mir jetzt. Ja, da läuft einer. Genau vor dem Gebäude, wo wir gerade drin waren. Jetzt ist er wieder reingelaufen, jetzt ist er wieder reingelaufen. Zack. Der müsste... Das bin ich, ne? Scheiße, nein, genau vor mir. Kacke. Ach, fuck off, alter. Ich hab den halt voll übersehen. Hallo, Sunny. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm. Ja, hol ab, Domi. Einfach, 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 einfach. Aber geil, ein Fall schon machst du. Gönn dir, alter, gönn dir. Wer? Domi. Voll fett. Sieht geil aus. Alter. Boah, ich bin so erkältet gerade, alter, das geht gar nicht. Schatzkarte? Oh mein, mach mal den Ton leiser. Ich hab mich... Ich hab jetzt auch... Komm, 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 komm. Ja, warte, hast du Hängenglätter? Nö. Jumphead? Nö. In dem Jumphead war ich mir da ganz was wohin fliegen. Dann nehm ich mit. Ja komm, ich hab's schlafen. Nice, 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 nice. Und so schlau. Das sind Gegner. Ja, komm mal, ich hab'n Schatz zuerst mal. Ja, das sind Gegner. Auf der Brücke. Ja. Nehm ich auch nicht. Boah, alter, das ist schwer. Ha, Sunny, ich hab'n überholt. Ah ja, schönen Feierabend, Sunny. Du hast jetzt Feierabend. Nö, nö. Hm 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 hm. So, wie, äh... Wo sind welche auf der Brücke? Weiß ich schon. Komm, wir hier unten, hier die Gange, ähm, ähm, P90 und, äh, Schalistler. Du musst mich heilen. Hä? Ja. Ich muss kurz das Mittelkirchen für das Auto. Wer summt denn da die ganze Zeit im Hintergrund? Das ist doch jetzt aufgabe, ich muss... Ich weiß es nicht, ich höre so. So. Warte, muss ich nochmal? Schaut in Sekunden. So, wohin? Warte. What the f***? Dass? Wer ist das? Boah, alter, das wird wüsse. Was bist das ... Warum? Alles klar! Ich hab keine Schuld Nein, wir haben doch ausgemacht das Swim ist Ich muss mich irgendwann in den nächsten 3 Jahren Warte mal, ich muss mal kurz so Whatsapp schreiben hier Ich hätte nie mal die Gott immer mehr Ich bin schluss-blaue Tactical, die ist nicht so gut Oder? Ist die gut? Ich spiel lieber mit der taktischen Ich spiel dich lieber mit der online Warte kurz Soll ich noch mal was sagen? So So, ladies and gentlemen Genug und genet Meine Damen und Herren Es ist zu clear Ja, aber ihr macht das zu zweit Alter, ihr reißt da voll weg Alter, ich kenne euch doch Ähm, die Zone kommt pro Hä? Lauf! Ach, ich weiß was ich muss Ey, das Board, alter, zwei Boards, alter Drei Boards Geiler Trick, Domi Fett, Digga Komm hier, warte, komm hier, besser Trick jetzt Überleben wir ein geiler Trick Wiii Bam Alter Domi, alter Zehn Punkte, alter Zehn Punkte, krieg's von mir Ufff A Ähm Warum hab ich da nen Pump mit eigentlich? Das versteht mich nicht Warum hab ich da nen Pump mitgebe? Ist das denn Pump mit? Egal ich habe hier fehlt irgendwas sollen hier fehlen einfach ist ja alles so klein ja aber genau rechts neben diesen auf welchem ballende glaube ich also ja dann müssen die um ballern sollen sehr nice alter gleich mal wieder rauf rein in den krieg alter wir müssen gleich so nah sind zu den einen lang da oder war das war die antwort Domi alter fett gekillt hat er ihn ein 30er gegeben wenn das ist ja auch wirklich ab dass sie die äh Schilddränge noch snacken können genau in der Domi da die Zone geht los die sind es vereinzelt und ich hoffe hört nee die schießt sie dann muss der über euch hier die Falle ist weg darum liegt der aber hinter uns euch ist noch einer her ja die eingebaut haben die eiskalt eingebaut ich habe einfach zwei kürzen er kältet sein ist echt das letzte ganze zeit dieses hessige kribbeln in der Nase der kann ich auch flug fahren aber der ist ja noch ein paar unsere partner warte kurz 1 second kurz auf die Toilette mhm ok ehre meiner ahja oh alter kennt ihr dieses gefühl oder kennt ihr dieses gefühl wenn man die ganze zeit das gefühl hat als müsste man niesen aber es kommt einfach nix alter ist so ranzig das geht gar nicht oh scheiße alter fuck so jetzt machen wir eine kurze Pause ich und halt den stream mal kurz alleine was ja auch auf meinem Kanal nicht so verwerflich ist denke ich mal wie geht es euch allen so alle die jetzt gerade so aktive zuschauern kommt mal kurz raus aus eurer Lurk Ecke Dankeschön Sunny kommt mal kurz raus aus eurer Lurk Ecke und sagt mal bescheid wie es euch so geht oh alter boah das Spallerkrad richtig alter dieses ewige gefühl und sich dann nicht die Nase putzen dürfen weil man gerade erst im Mundraum operiert wurde und damit alles kaputt machen würde das ist zu behindert ey das ist zu behindert das glaubt ihr gar nicht oh hat mir auch kurz was und snacken geholt oh oh no alter Schwede boah das geht einem so auf den Piss was muss na dieses Gefühl wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast du musst niesen aber es kommt eine halbe Stunde lang nichts und dann kommt der Niese endlich alter das ist so ranzig das ist ja ja jawohl ja gesund danke digger hä hast Kevin ja man sagst du schon ne oder soll ich die Felixin ich höre auch beides weil es mittlerweile egal ist mein Name wurde schon so oft geleakt ne dass das mittlerweile so egal ist ey weißt du was mir gerade passiert ist außerdem nein ich hab auch den Türen ab 45 äh wurf gemacht ich wollte eigentlich nur 44 machen bist du scheiße ja und hast gehört ja und es kommt gleich der Monster und du bist nicht fertig ah also klar ja dann äh dann äh 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 ok ok das verfahren der ist bei mir getötet ne ja ja ist mir voll egal er muss nur auf bereit gehen ne oh fuck alter ey ist das ein nerviges Gefühl ey ja man ich weiß doch dass ich ein Loser bin alter er muss mir nicht mehr vorhalten ja man ja man Runde beginnt und der Wolf heult alter ich weiß doch ob ich da richtig Bock habe äh Geld was du beißen also Geld schon mit dem Skin aber nein ähm ähm kennt ihr das Spiel wenn nämlich du wäre? ja leider ja äh äh ne heute nicht ich bestimmt nicht dafür mach ich deine extra Folge äh äh die nenne ich dann auch so kennst du Revi? kennst du Revi? wer kennt Revi nicht? allein was der letztes mit ähm 2 Broke gemacht hat ne? ganz ehrlich wer kennt ihn nicht wer ihn nicht kennt der ist echt lost alter jeder kennt Julien Bam und wer Julien Bam kennt auch Revi das ist einfach so äh ich find dein Video lustig mit äh mit Schule mit alter Frauen mein Lieblings streamer mit wenn den stream ich kann ja ne dankeschön alter danke ähm ne wir sind jetzt voll also es kommt jetzt äh gleich noch ein Kollege von Domi oder von Beides von mir ja äh von beiden jetzt auf jeden Fall und ja ich trock die volle die Schwester weg komm ran und ich trock die volle du hässes es ist einfach so lächerlich alter wie schnell ich wieder sterbe alter es ist einfach nicht wahr warum bin ich immer der Erste alter das ist doch einfach nicht wahr nein ich lass weiter darf ich zeig dir was ich hatte keine Waffe ich hatte keine Waffe alter du mies ja du hast auch so keine Copyright Musik eigentlich äh keine Copyright Musik ist zum Beispiel die die YouTube dir anbietet äh guck mal wie bescheid ist der Typ ich weiß es nicht total bescheid oh hi nun geh doch oh alter ey so viel Lack kann auch ein Mensch nicht haben dass er genau dann runter geht oder was alter das ist doch arschlos oder was aber Johannes mach mal hin du da okay der schadet erbiss du gar nicht immer da kröp moin Nolo Legend wie geht's hier Nolo Legend wie geht's hier ja man steht hier ja das sind Kollegen von mir das sind kollegg weißt du was auf Ehre kopiere ich jetzt einmal deinen Namen warte mal noch ein blick was erlaubt ist ganz kurz war jetzt mal bei mir im stream ich mal kurz was auf youtube raus was nämlich ganz anders ich habe da nicht nur namen rein sondern ich hau da link rein gleich so einmal kurz hier einmal kurz hier und mach mal so ich hab jetzt den link von dir reingemacht war ja auch von dir so einmal aufhauen like ist da danke dafür auf jeden fall ach ja ich kann ja links gar nicht so einfach einsetzt ja auch das packt ja momentan kam aber dann muss das anders machen ach das kann ich doch ganz anders machen warte mal das kriege ich hin weil er hat 14 9 oder 14 9 ja man danke für ein abo ich liebe diesen sound einfach danke dafür alter danke alter geil danke leon place hard ist dankeschön dankeschön wie geht's dir seit wann bin ich mod leon place hard ist ich weiß nicht wann ich die als mod eingestellt habe wer bist du sag mal kurz kann es sein dass du ich für jetzt einen richtigen namen nicht sagen aber dass du der dirty clown bist sagen wir es mal so nein das ist nicht der clown das ist ein kollegen von mir ne hier leon place hard ist ja ja der ist von mir habe ich mir gerade einen link reingesend wie ist der denn bei mir mod geworden ist er nicht das sieht nur so aus weil er steht auch von deinen streamlabs ach so der ist mob bei dir ach der ist mob bei dir ich bin total verwirrt gerade digga alter ich gucke dein stream und ich meinst du ihn weiß wie verwirrt ich gerade behalte digga jetzt habe ich mich gerade selbst verwirrt aber danke für den abo trotzdem ich werde auch haben wenn ich eine abonniere das so ein komischer ton kommt fest gegen das du brauchst du obwohl du kannst ja später noch mal zu gucken die lacht ja eh online und daher kannst du später manchmal das video ansehen dann weißt du genau was für ein ton kam ich muss da rein ich muss da rein dem aflo hat uns verlassen aber wird nicht angezeigt die stelle ich mein abo auf öffentlich brudi das musst du direkt bei youtube machen und dann gibt es da irgendwie einstellungen also wenn du auf deinen eigenen kanal drauf bist kannst du einstellungen vornehmen wie genau das jetzt geht ich mache das zu selten das kann ich jetzt nicht genau erklären aber das musst du wenn du auf deinem eigenen kanal also kannst du selber auf den kanal und dann auf einstellungen gehen irgendwo da muss das beistehen auf jeden fall weil kanal anpassen oder so ich habe johannes 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 spiel ich weiß nicht irgendwann wieder einer raus ja ich sowieso eigentlich hatte ich mal vor meinen stream rekorden langsam mal wieder zu brechen also zehn stunden kann ich das maximum sein ja es ist samstag alter und so weiß bescheid alter solange ich zum fußball wieder raus bin und fit bin ist mir alles scheißegal also was hast du ja auch fast 100 abonnenten bitte was alter krass was macht er denn zum content alter vielleicht gucke ich mal bei ihm vorbei nachher wenn du da noch ja wenn wir zusammen stream push ich dich ja sowieso bei jedem der zuguckt der kann ja dann gerne auch mal auf deinen kanal vorbeischauen nur wirklich pushen kann ich dir halt nicht so weit ist unser unterschied der jetzt auch nicht johannes wird gut und ich werde immer schlechter weißt du ja meinst jetzt mit pushen lassen mit pushen wird aber ich die pushen ich weiß dass ich nicht so wirklich kapiert die seiten gegner wo seiner gegner alter wo seiten hier schon wieder da hinten nach der schande alter nach vorne sind ja das kann man machen wie gesagt das gehört hat bloß zu einem meiner klären die benutze halt nicht mein haupt augenmerk woanders ich habe selber keine ahnung in der mitte von so einem lavasee aber ich habe eine waffe gesehen ich haben will genau die waffe will ich haben und ein schild hat das auch noch ja man kann ja gerne machen wenn er bock hat hast du ja gehört wenn du bock hast kannst du ja machen auf ihre aber wenn sowas machen wäre das ist ja echt heftig was liegt denn da noch rum alter das ist was neues ist das ist die pflanze alter wieso leuchtet die grün wie eine pflanze ja warum hässlich könnte man zu mir runter kommen bitte ist der gegner ja ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich habe dich jetzt besuchen müssen scheiße ich wäre fast in die lava gefallen alter ich glaube ich bin zu weit unten kann das sein ja hätte auch gereicht ja da kommt noch zwei noch mal zwei alter das kann doch nicht sein alter ich komme da einfach nicht hoch oder ich bin aber wieder zu blöd heute was ist denn heute los mit mir der externe weiter weil wir mal mehr schätzt hier auch gleich zu suchen kann ich doch keine das ist das als ein bisschen im schädelte oh gott oft hat man ja komm dann kill mich doch du als Kind alter du hässliches schickt mich doch mal was ist denn mit deiner mutter so jetzt wollte den link noch irgendwie nehmen hier scheiße ich wollte den link noch irgendwie nehmen wie macht das denn hier ja ja aber ich mache das ja nicht mal computer ich mache das ja über das handy gerade ja dann ist easy ja wie gesagt wird das geist ja über dem computer lauf so gut ist man jetzt auch nicht die europa es geht oder es leckte ein schön um ich glaube ich habe ich heute wird ein kleiner teckel mal reingepostet vor allem also macht sagt alter bm alter fertig alter sagt 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 kleiner bruder ach so das war gar nicht das war gar nicht der dominik der bei uns so war das war so ein kleiner bruder 116 116 die jörg der strebe wird sie in der beziehung der wäsche gehen oder können wir den Leuten wo ich weiß nicht ja, ja. Läuft doch, wie läuft's. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sing ne Runde für uns, Domi. Sing. Nein, das tue ich nicht. Okay. Ich hab mir das aber nochmal angehört, Alter. Ich hab mir das gestern nochmal angehört, wie ich so dicht ans Mikrofon gegangen bin, das hört sich echt cringed an, Alter. Wer ist eigentlich der da eigentlich? Tequila, Nico, oder? Ich? Ja, du. Mein Kollege von, äh, Felix und Domi. Na, alles klar. Hm. Ihr wisst aber schon, wo ihr hinwollt, ne? Die, die, die kennenzulernen, die... Brava. ... 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 das hat einer mit getanzt eine doll alter wie doll was hatte domi doch schon mal oder was domi wer war denn das noch mal der vor allem mal küsse und so bekommen hat und denen die ganze zeit eine figur nachgelaufen ist was kevin oder was das hast du ne wo ich mir so gedacht habe weil der wieso alter wieso die mochte einfach kein felix also das habe ich schon gemerkt so ja ich habe mir eine liste ausgewählt die mir gefällt oder habe ich gesagt zufall ja ich kann mich halt selber nicht entscheiden und bevor ich das selber die ganze zeit aussuche sei er dass er das zufällig auswählen soll also noch mal dazu wer bei mir alles wer bei mir mod ist ich glaube johannes ist bei mir mod ich glaube den habe ich als mod eingetragen domi 100 pro sunny ist bei mir mod und sonst die chatbots die sind auch bei mir mod also das sind halt leute den mit dem ich schon ewig zu tun habe und dem ich auch echt vertrauen kann wo ich weiß dass die keine scheiße bauen also wer bei mir mod werden will dann muss man das echt beweisen dass er keine scheiße bei mir bauen würde so kann man mit dem mod werden ich habe insgesamt alle video 2671 aufrufe geist gerade deine statistiken durch oder was ich kann ja mal vorlesen was man schon so erreicht hat im leben das ist aber erst märz also mei ist ja noch nicht aber ja mal ach mal das kann weil es kann so gehen wir jetzt hin ich mag ich nicht immer bekannt ob das immer muss genau wo ich hab mir ist alles recht scheiße mir ist doch egal wo ich sterbe weisse ton ist sowieso wieder am arsch der welt ist egal wo weißt du was mir übelst auf den sack geht jedes mal wenn ich was wichtiges erklären will sag ich die ganze zeit m im stream das geht mir so auf den pisse aber wenn ich so normal die ganze zeit laber kommt nicht ein einziges mal m es ist so dumm ich verstehe es nicht ich voller drunter ne also ich hab meine ehre wurde gerade hart genommen also digga ich soll dir von leon face hat dir sagen du kannst nicht vertrauen hat er gerade mir geschrieben ja aber das muss ich muss ich mir erst anschauen ne also sagen kann jeder alles also nicht dass ich dir jetzt was unterstellen will aber das kann halt jeder irgendwas sagen und im endeffekt wenn er leute blockiert und so die nicht möglicherweise wirklich ja zum bleistift also dumm ich kenne ich jetzt schon ein paar jahre ich habe vier graue sturm gewährten was ist denn los ich bin hinten bei dem einen haus gelandet weil ich gesehen habe dass er schon wieder wie kleine regentropfen hallo paul ide wie geht es hier dass er in flamme stehen bleibt stehen ich will nicht stürmen geben wir mal eine stimmung bitte ok weil da wie kleine regentropfen die ganze zeit die leute runtergefallen sind da habe ich mir gedacht kommen dann landest du halt da hinten bei dem einzelnen haus ist ja nicht so weit weg wie die versuchst wer versucht was hatte mal ich baute meine erhöhung hier ja los das eine erhöhung kannst du hoch gehen wenn du willst ich bin doll ne jetzt kannst du hier rüber gehen weißt du mein gut komme von leon hey schöne grüße ich mach mit schön dass du da bist auf jeden fall dann hast du ein schaust ich glaube ich mich habe ihn habe ihn alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut wo bist du ich sehe ich den ganzen waffen die mehr da kommt noch eine dumme pass auf hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir scheiße ach come on der erwischt ja erwischt mich doch nirgendwo Leute das kann doch nicht angehen alter mach endlich mal ich mach endlich mal ein kill alter und dann sterben wir oder was ey das ist doch zum heulen alter ich habe ich bin wegen den augen gerade ich kann so richtig tränen kotzen alter es ist nicht mehr wahr alter und das stellt ihr euch jetzt alle mal bildlich vor wie ich mit tränen ein kotze alter es ist zum kotzen einfach nur scheiße ist das bist korrekt dankeschön da hol mir nur nase weißes rein alter hier wurf 500 alter scheiß drauf obwohl jetzt schreibt ja gerade gar nix wie schreibt der jetzt nix komm mal herz alter was denn los sieht wurf 500 komm hau raus alter ich brauch ne neue nase alter die kribbelt schon wieder wo ist meine cola jetzt alter was ist denn los mit mir heute voll weg bin ich dreck was geht ab man was geht ab was ist das neues was los ich bin erkältet ich bin einfach nur erkältet und habe die ganze zeit das gefühl müssen diesen bloß kommt hat nichts verliert 500 scheiße jetzt habe ich sogar weiß das ist verloren kacke alter was geht das kannst du nicht so machen weil da tun wir sie an was soll ich schreiben jetzt ja was du möchtest also wenn den chat durch voll einfach voll ballern den chat immer rennen damit mit den nachrichten ich antworte nach möglichkeit auf alles was sinne ergibt also eine blödsinn reinschreibst ja weiß philix bied ne ist das klar und außerdem gewinnt man hier weiß es ich weiß gar nicht was du willst was kann man da falsch verstehen was kann man da falsch verstehen also ich bitte dich ich überhaupt nicht also ich verstehe es mal richtig alter wort der schon wieder eine waffe er verpiss dich du bastarden kind alter du hässliche mongo alter schwelle schießt halt vom berg auf mich runter was ist das alter ich bin gerade jetzt gelandet gib mir doch mal fünf sekunden macht ihr das eigentlich geil wehrlose typen zu töten was soll der misst alter mit der ein hand schießt auf mich mit anderen hin und wächst er sich ein weiste kranke rein in die olga ja auf jeden verstehe solche leute halt nicht die mir doch mal fünf sekunden so und jetzt wo ist der wächse oben oben auf dem berg immer noch glaube ich ich bin da wo du nicht bist das ist mir aufgefallen ich muss erst mal hinkommen obwohl ich glaube das kann man sparen aber ich baue dir deine mutter hatte ich zu spät rausgezogen du was dann geht ein was nicht mit euch sperr mir also baller lolololos ich wollte hier weiter an der geburt die küste alter übertreib mal nicht hier in die küste aber ist die ordner ist unter uns ich will die nicht öffnen ich will die nicht öffnen ich will die selbst zu lieben da hat geld nur bitte was leute du hör auf auf da zu schreiben alter ruhig doch ich digga der ist mal gerade unter mein alter 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 digga alter was geht alter digga alter was geht alter digga alter ich bin unter dir echt ich versuche ich die seite ey guck mal johannes johannes kann es aber was sagt obwohl ich jetzt gar nicht mehr brauche aber danke trotzdem und schon habe ich keine zuschauer mehr oder was alter was los das heißt zuschauer mich auch noch aber bei mir steht 0 felix body das ist spaß macht wenn ihr euch wirklich da zocken würdet müsst ihr einen von euch bannen und dann immer den der ja in meinen augen angefangen hat ich bin manchmal nicht ein bisschen sehr verrückt manchmal ne ich meine ich gerade nicht ich meine im chat gerade die beiden du bist crazy crazy kassler so ein alter was das was ist ein kuchen sohn kuchen tv ehrenmann alter kuchen tv so ehrenmann digga beste ja und ich bin psychopath man muss mit leben können so was haben wir denn da noch mein vorbild ist joker so was haben wir hier denn noch joker und ich dachte meine witz werden schlecht so ja was machen wir jetzt kuscheln also ich ich glaube jetzt hier hinterher im druck ich dachte wir machen jetzt gucken kuscheln ok ich weiß dass ich hab das fähig wenn so eltern so von einkaufen wiederkommen dann sage ich so ich habe ja und freut dich meinung zu excel felix zu excel brauche ich nicht viel sagen ganz ehrlich ich hab nix gegen excel äh ach so dieser fette oder dieser fette alter nicht so ausfall bitte was der los der leicht dicke bauchte dieser fein schmecker an sich äh ne ich hab nichts gegen ihn warum sollte ich ich meine jeder soll sein leben füllen wie er will überhaupt nicht äh ich bin selber dick felix ohne witz dieser excel 95 hier ne er kann ja was gut sein aber er muss er muss ja dieses abnehmen machen und äh china ist voll geil wenn die legos bauen alter er sollte auf jeden fall abnehmen äh ich hab ne schatzkarte wer gesünder für ihn ja nix aber schon wo du bist du ja 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 ich weiß ja schon ich hab mir die schatzkarte jetzt er wäre ja fast gestorben also abonniert hab ich nicht muss ich sagen aber ich hab so nichts gegen ihn also er macht bloß nicht den content der mir jetzt gefällt aber gegen ihn persönlich hab ich überhaupt nicht er ist ein korrekter typ er ist ehrlich und er sagt doch nur das was er sagen will also was er also jetzt ehrlich als ein ehrlicher typ und von daher eigentlich sympathischer typ los dass er halt ja probleme mit seinem eigenen leben hat was halt sehr auffällig ist erst alkoholprobleme denn fett sucht und so weiter also jetzt sehr sehr starke probleme mit seinem eigenen leben ja der hat immer alkoholprobleme sein er hat und lieber schaden hat durch weiß welchen youtuber ich hasse äh ich hab diesen eigentlich auch so mal ein youtuber gefunden so ne ich hab so einfach los wirklich so ne so ne so ne so ein black knight account also ich hab so was er konnte ne ich lass dann hab ich keine auch viele stunden dran er sagt die ganze zeit ihr soll leiden abonnieren habe ich so lange so gemerkt dass er nur like geil und abo geil ist ja aber davon gibt es viele hast du keinen schwarzen rüttel hast du keinen schwarzen rüttel nein ich will schwarze rüttel kommt fresssucht ja gut fresssucht er hat einfach eine fett so also er frisst ja nicht unbedingt mehr als andere leute ich kenne einige leute die essen sogar noch mehr das ding bei ihm ist einfach er frisst das ganze fettige zeug was halt ihn so ja breit macht wie alt ist das heißt er hat keine fresssucht sondern eher eine fett sucht weißt das ist ein unterschied ey ich krieg schon so viel fettes zeug ne ich bin immer so ein spargel ja aber das ist ja meistens ähm genetisch bedingt wer ist deiner meinung nach der größte huson auf youtube das ist meiner meinung nach äh ja was soll ich das sagen olli ist nicht mehr also wie heißt der nochmal jo olli ist nicht mehr auf youtube also kann ich den schon nicht mal mehr sagen ähm ich weiß nicht der hat noch sein zweiter count ne denn immer noch jo olli immer noch jo olli obwohl es da so nachmacher gibt da fällt mir der name jetzt aber nicht ein also es gibt da einen der ist glaube ich sogar noch ein ganzes stück älter und er macht auch meine jährige weiber an ich muss kurz einmal weg kannst du kurz aufpassen auf dich aufpassen es geht gleich das sturm los digga es ist es ist also ja ja wir sind in der zone ich mach es schnell ja ja dann mach hin los lauf 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 lasst du mich zu lange warten digga und ansonsten ich mag zum beispiel diesen logo nicht den hasse ich einfach aber er ist genauso wie dieser chaos floh zum beispiel ja ich habe hatte mich selber auch aber das kann ja so jetzt nicht sagen kostet ja man sage ja auch umfasst jedem stream mindestens einmal andersrum gesagt fällt es mir aber auch schwer zu sagen wenn mein lieblings youtuber ist also das fällt mir genauso schwer da streiten sich so ein paar dran also da kann ich viel sagen digga du hast nicht mal Domi du hast nicht mal einen kanal mann also nicht wirklich also du hast einen kanal bloß keine videos und keine streams und nix drauf weiter ja mei im mai kommt was sagste sehr gut bin gespannt also ich würde zurzeit sagen mein lieblings youtuber ist zurzeit denke ich mal germlitz play muss ich ganz ehrlich zugeben ich glaube der steht bei mir auf das 1 ja paluten steht bei mir auf der 2 was los das das ist mal voll hier unten ja das ist gut ich baue nichts ab ich habe es gehört dass du die aufgebaut hast alles gut standard skill auf kiss auf kussbasis okay ja standard skill hatte ich mal kurz abonniert ist aber auch nicht den content den ich mag aber ich habe auch nichts gegen ihn muss ich so sagen aber ich finde es dann nicht viel ne also manchmal denke ich mir so okay es ist so alles aber manche videos muss ich sagen die sehen echt nach fake aus das ist ein ne ich such es nicht in meinen augen übertreibt er manchmal ein bisschen aber ansonsten ich habe halt nichts gegen ihn ne es ist kein fake er übertreibt in meinen augen halt die meiste Sachen ein bisschen ne also ich würde nie sagen dass er fehlt auf keinen fall also da sind die zum beispiel minecraft youtuber viel viel schlimmer also die ficken ja ohne ende obwohl warte du hast ja viel weniger als ich ne ja denn hier nimm mal der weißt du auch so furcht oder so schnell will ich immer verrecke ist das eh verschwendet so gut so gut da kommt gegner oder so ein großer schild sei ja gut denn ich trinke nur schnell da komme ich zu dir heute hatte ist doch noch eine kiste ist alle auf mich alter erstes standard alter du bist ein größerer magnet als ich ich bin genau neben dir digger ja immer wird sich holt ey haben sie die klinisch ist denn immer total direkt alter was ist denn das ist einer da und ja mit alter nicht hinter mir alter was bist du denn für ein bastarden kind alter kommt da halt von hinten schon wieder alte ja hoffentlich verreckt jetzt alle kleinen pisse alter ich habe hier hier alter ja ich bin schon wieder bei null alter ich hätte ja einen abschießen können aber ne dann kommt sein scheiß krumpel von hinten angejumpt fuck alter dreck ich hätte auch einholen können aber der hat so viel hp geschluckt so ich darf mal ein rausch alter so rauschen wir eine runde ach kleinen drogenrausch am abend kann nicht schaden rausch ich mach das mal nur 44 weil so viel nicht verloren ja ich kriege ja ständig mehr dazu also ist ja vollkommen egal ach so jo er dritt halt voll ab alter kennst du den witz das ich dann aus dem keller natürlich kenne ich den ich weiß nicht dass er auch mal irgendein web benutzt ich glaube das war jetzt nochmal ja genau es war der alter 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 der herkommt digga ist schon immer normal meinung zum mero wer ist mero sagt mir gar nichts sagt mir gar nichts sagt mir überhaupt nichts ich habe keine ahnung wer das ist tut mir echt leid alter ich bin in der youtube szene auch so gesehen eigentlich noch ähm eher neu völlig unten ja ich bin total im keller alter ich habe den abschluss meines lebens gehabt früher hatte ich 300 millionen abonnenten was denkst du denn digga was hast du früher alles geraucht und gezogen ja was soll man großartig rauchen außer gras und hasch äh ja gezogen speed und koks ich meine digga ziehen gibt's muss speed und koks soweit ich weiß und äh auch mal den crack weg garantiert hat mir ja tatsächlich hat mir mal jemand crack untergemischt in der bomb tatsächlich ja klar aber nein ich bin seit vier Jahren drogenfrei leute die zwei leute gleichzeitig auf einer kiste gehören ich gehe ja hier auf gar nichts alter ich hoffe dass sie irgendwas finden alle ja fuck it up alter das ist doch nicht wahr da ist supergeil jetzt ist es schon wieder im knast oder was oh ne alter das geht doch so nicht du musst schon wieder bewährung bezahlen du musst schon wieder bewährung bezahlen hier alter das kann doch egal sein scheiß ich habe mir schatzkarte ich hoffe nicht ok ja das ist gerade drin ist bekommt mich eine wieder davon weggekommen ist wie ich davon weggekommen wenn du nicht ganz einfach ich habe aufgehört hört sich dumm an ist aber einfach so ich hatte nie eine suchte ich habe von einem auf dem anderen tag einfach aufgehört als ich meinen führerschein verloren habe und jetzt mpu machen muss habe ich mir gesagt alter ja dann höre ich einfach auf mit den drogen mpu ist idioten test das heißt du gibst den führerschein halt so lange ab bis du diesen idioten test bestanden hast ja noch nicht das ist das problem bei der sache ich war einmal da bin durchgefallen ja ich war ja halt einmal da bin durchgefallen und jetzt muss ja tests machen wo ein test schon pro sitzung 300 euro kostet und von dem ganzen scheiß muss ich drei stück machen und das heißt pro sitzung bis jetzt noch gar kein weil ich das geld einfach nicht habe was muss man alles machen erstmal sitz analysen ob du noch drogen nimmst da wird halt dein blut dein oder deine haare halt kontrolliert ob du noch drogen einfluss hast und bei dem anderen machst du halt sitzungen wo du halt über deine drogenprobleme redest muss man teilnehmen selbst wenn man gar keine hat so wie ich halt ich habe halt einfach aufgehört ich habe gar kein problem damit aufzuhören das hat mich halt nie gestört aber muss man trotzdem teilnehmen komm und äh was war es noch für eine sitzung ach ja eine mpu vorbereitung wo sie dir dann nochmal vorblabbeln was äh ja du bei der mpu alles sagen solltest also wie du dich da verhalten sollst die drei sollte man auf jeden fall beziehst du als vier nein ich bin tatsächlich arbeitender mensch aber jetzt nicht großartig verdienter also ich bin jetzt kein großverdiener sondern eh felix findest du hartz 4 schlimm aber das ist nicht so von der verstehe aber halt wenn man sowas sein sollte findest du was schlimm nochmal bitte jetzt habe ich überhaupt nicht verstanden was du geholt hast würdest du schlimm sind wenn ein mensch hartz 4 ist also wenn es vielleicht wirklich wer ist hartz 4 heißt ich hatte in meinem freundeskreis und im familienraum sehr viele die hartz 4 hatten bis vor ein paar jahren ich glaube ich habe jetzt immer noch freunde die nur hartz 4 kriegen warum soll mich das stören ist doch ihr leben ja manche stören das ja das frage ich ja nur ach quatsch man j White ich sag immer so wenn ich das geld nicht bräuchte würd ich nicht arbeiten gehen wie bist du zu drohen gekommen zu drohen bin ich ganz einfach gekommen ich hatte damals eine freundin gehabt in die ich leicht verkleid war und an die habe ich mir gleich drange baggert immer und ja damit dann halt irgendwann zu zum kippen verfügen sagen da habe ich aber zum beispiel noch nicht und irgendwann hatte ich einen kompletten absturz und da hat mir eine kipp ins maul gesteckt und seitdem brauche ich auch und die hat mich halt auch zu spät und so geführt und ja wie komme ich jetzt von irgendeine irgendwas sucht oder so eigentlich Zigaretten kommen die von weg habe ich es nicht dasselbe ist nicht dasselbe ist im leben nicht dasselbe er kommt hierher er kommt hierher nicht schießen ich weiß nicht wenn ich sie gar keinen richter also blind ist da hinten läuft der gute eine fliege nach oben dann läuft darum alles klar gut ja ich bin weg ich soll ja nicht schießen hat er gesagt ja immer auf mehr fahrzeiter seid ihr jetzt schon wieder hin alter ach so da unten ja ich habe ihn jetzt begabt scheiße fuck gut sei voll verkackt digger hinter dir domi hinter dir domi gut gemacht help me please scheiße jetzt um der marsch oder anderen griff oder so ja er kommt zu dir er kommt zu dir wo sein ich sehen halt nicht mehr ich denke mir wird sterben ja sei ja er scheiß auf mich kill ihn ach komm alter ja aber wie gesagt seit vier jahren keine drogen mehr und seit zwei jahren glaube ich kein alkohol mehr also ich bin eigentlich außer jetzt wir retten mich folglin sag jetzt schon mal schönen abend noch bis korrekte wie du bist ich schaue jetzt noch ein bisschen mein mikrofon vorbei ansonsten bis die tage mach rein nolo legend sorry danke auf jeden fall für abo schönen abend noch ob da einen rankommt und nicht mir zeigen was nochmal ob du an einschaffen oh man ob du an einschaffen ritter anfang kommt nö oh so schnuppe ich kann mal mitspringen wenn ich springe alter das ist so genial das ist übel alter drecksköte scheiße johannes geht halt voll ab ich verliere ich die ganze zeit ich verliere die ganze zeit ja man das ist nicht gut ja ich irgendwie auch wer sie ist wer sie ist was machen wir denn die ganze zeit nicht in kärnten aber halt du meinst vorbei vorbei sneaken oder was genau ich weiß genau was du meinst das mache ich wenn ich alleine spiele im solo immer alter so bin ich schon öfter mal zweiter geworden wieso schickst du mir ein bild von einem smartphone also so ein emoji smartphone den den reihe ich gerade nicht ich bin auch ruhig ältige oder haupte ich dachte ich dachte jetzt sind mit dem baum oder beißen einfach muss ein scheiß äh stein ein scheiß stein ich hab'n tampa leute was denn los du egal ohne papp kann ich nicht spielen oder den fall nicht schon aber halt schwer ich spiele lieber mit taktischen ja manche halt so taktischer oder so ich spiele lieber mit waffen ja geile aussage besser aussage ich weiß heute auf jeden fall man artikel 13 und so weiß bescheid leicht hinter dir ich guck noch gerade hier den leeren gebäude durch ja ich bin doch genau hinter dir genau hinter dir du kleiner ab jetzt bringt mein ping halt schon wieder nach oben weißt du danke dafür all der schwede wird los mit dem kopf macht doch macht doch komm noch her wenn du mal willst ich habe mich denn jetzt hier eingebaut warum minis schaftes cine minis wer braucht zack 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 ich brauche ein werbetierter von coca-cola ey Felix ja ich bin hier oben was los ja so einsteller fahrrad 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 Prozent das soll es zuletzt aber anstellungen aus derzeit oder es ist einfach zu erklären abonnieren mit den abos das ist das geht eigentlich aber wie gesagt habt ihr einen link über WhatsApp geschickt Prozent zu dem link der Kurs hat auf dem Kanal da erklärt alles erklärt wirklich komplett alles ja du hast mir keinen link gesendet oder? hab ich hab ich was sagen leider ja ja hab's krass gesehen wie gesagt der erklärt wirklich alles der erklärt jeden ja ich glaube nach 1140 kommen ich will weiter als er kommen heute als ich ich will weiter als Flo kommen ach als Flo nee als ein Kollege hier der suchtet auch öfters der will auch am stream der will bis 1145 schaffen ich schaffe 1440 ich will bis du 26 aber welches weiter suchte ich bin 27 nach der Runde Level Level Null ich bin eine Null ich bin eine Null wir haben samt für Leute ne also ich bin da auch weil irgendwie ich hab Feuer irgendwie ich bin da auch wir singen das Lagerfeuer mit das Lagerfeuer oh mein Gott sorry frühe Zeiten durch ich habe immer noch zu boh zu gucken ich muss ich hier bleiben oder du kann ich gehen ich geh auch also ich hab auch keinen bock mehr hier zu bleiben wenn der Sturm kommt was ist du brauchst mich einfach zu du kacke du kacke vor allem ich bin keine kacke kacke macht man ich bin keine kacke kacke macht man das war alles klar ach schade was sie hat du hast medikiert ne vor mir ist eine vor mir ist eine Truppe Leute shit komm zurück komm zurück komm zurück komm doch hierher komm zu mir komm zu Papa ich würde grad sagen wer ist wohl älter wärst ja wohl der Papa aber du bist ja älter als ich ich bin auf dem Fall im Stück älter würde ich behaupten auf jeden Fall die Bahn da gerade unten ey du bist der jüngste dann ich bin 14 erstmal hajo er ist der jüngste dann für mann sonst ach der ist so oos und äh also ich nix stürt ich tot gleich oh oos und so jawoll ich bin gleich ein bisschen erzähl er hat so gejumpet ne ja ich hab ihn doch gut ja komm 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 und ich habe euch ok ok yeah i'm so fly i'm so fly i'm so fly i'm so fly and touch the sky der wer das gesungen hat ne aber lieb als fly der ist ja gestorben das ist ja schön für ihn ja mich interessiert der tot halt nicht so weißt du ja die einen kommen die anderen gehen jeder stück irgendwann mal so die einen kommt die einen kommen die anderen gehen hä gott gott der fix die einen kommen die anderen gehen ja fertig so alter schwede so ladies äh was machen wir jetzt ich glaub wir wollen entschuldigen äh ich glaub wir wollen entschuldigen ach digga man muss eigentlich nicht so viel ja ok fliegt mit Konone weg und tschüss ich werde jetzt mir Sackdack gönne für 50 AP digga bin ich jetzt hier ratery ich will nicht zu euch laufen oder will ich das pft alter das kribbeln in der Nase das sollte ein Kompliment sein aber ok danke ja also super leise rieselt der Schnee mir tut die Nase so weh ich bin seit Tagen schon drauf ey diggi deswegen habe ich die Sonnbrille auf pft alter Schwede ja nee ist klar alter alter direkt vor mir immer weißt du ach komm was hast du den schuss gerade nicht gehört der kam von vorne ich will nicht mehr darum fliegen ja da um die zwei sogar auch kommen direkt vor uns so eine scheiße aber sie immer welche allein bin weißt du ja ich weiß ihr seid bei mir aber ich fühle mich so allein ich auch keine waffen habe also ich habe halt auch keine waffen ich steigte den kanon er geht in die zunde halte durch die zunde geschossen man kann die kanone reingehen ja kann man das ja herr wie das ist der kurse los ja wie oft spielt fordner digga es ist ein deutlich zu wenig für dich so ein deutlich zu viel ja super hat geil geklappt auf jeden fall und folgende wand geflogen scheiß drauf ich schwimme einfach schwimmen 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 das ist ein ohrwurm das ist so ein ohrwurm alter leise rieselt der schnee und tut die nase so weh ich bin seit tagen schon drauf deswegen habe ich die sonne oder hau und 390 weil ich obwohl die kann man nehmen dann auch ich weiß ja nicht was bei mir gewesen äh unten wie gesagt ich bin der einzig der es nicht rüber geschafft hat ja shit ihr bastarde alter immer übers dach alter habe ich immer gesagt alter was man so mit wieder auf gta zurückgegangen bin also alter der der fallschirm ist so geil alter wo hast du die fallschirm her digga das ist einfach nice er ist so ein herz jetzt so ein komischer fledermaus es ist doch nicht normal aber sie sind sechs nicht das mit dem super helden oder was sieben ich bin ich und so also normal hier streikt bei mir vorne doch noch so rum also jetzt hat mir ganze zeit im pink an fix dein pin junge dann bringen irgendwann einmal nur pokémon spiele oder so was alle mach hier ein auf links hier wie heißt er noch gleich jetzt hast du deinen namen vergessen alter ach scheiß noch drauf auch so ein geiler typ aber irgendwie vergessen ich vergesse zurzeit so viele namen an dummes kind ja gegen in einer halben stunde war es das mit dem weltfrauentag übrigens dann ist ganz normal stinktag an der dürfen wir wieder furzen alter hat auch lange genug gedauert also das zurückhalten tut langsam weh aber ich habe sie zurückhalten dann darf ich wieder singen alter für mich soll es rote rosen regnen alle das sind alligators viel älter als alligato also wahrscheinlich älter als alligato aber älter als sein sein künstler name oder er als künstlerfigur sagen wir es so auch mal saturat und ich habe ich bin noch nicht das ich bin ich bin das ich bin ich bin du immer ich bin du ich bin ich bin ich bin du du Ich schnüffel es weg, Alter. Ja, natürlich, Alter. Du hast ja auch 2150, Alter. Zieh mal, Alter. Zieh mal. Alter, das ist der geilste Fallschirm ever, weißt du das? Alter, genau so sieht das aus, wenn ich ein Tor schieße bei Rocket League. Alter, ohne Scheiß, da kommen auch nur Flegermäuse raus. Ich liebe sowas. Hauptsache düster, Hauptsache richtig fies, Alter. Leute, mir fällt gerade was auf. Für Fortnite schiebe ich meine Webkammer auf die andere Seite. Weil ich überdecke gerade was, was gar keinen Sinn macht, so, weißt du? Hey, wie kommen wir gehen? Rechte Wolke ziehen. Was für ein Scheiß, Alter. Rechte Wolke ziehen. Geh jetzt nach Hause. Das geht auch nicht, Alter. Zocken und dabei Musiköver voran, Alter. Auch nicht. Geht gar nicht, Alter. die die und so kürzchen also noch zu zweit kannst du nur mal abgauen alter dumme alter geil gerettet ja wirkst du mal richtig so kürzer ja stellen wir vor die ganzen ganzen sieben leute machen gerade Team auftritt und 9 dass sie sich wohl alle gegenseitig töte ich merke gerade sein kanal ist gerade ein karaoke kanal geworden ist mir aufgefallen ich habe ich nicht es wurde mir das angezeigt das neues eintritt zu kaufen was soll der scheiß das weiß ich doch schon leck mich so gemeint haben komm ich habe die hunde jetzt mal raus weil der eg da voll ab all der satte domi weißt du was mir letztens so aufgefallen ist ja auf jeden fall mal nicht doch ich habe mich doch letztens bei gta so beschwert bei dem scheiß rennen das alles schwarz gelb war zum schluss weil ich dann so gesagt habe muss das unbedingt schwarz gelb sein ich hasse schwarz gelb und so und letztens mal aufgefallen dass mein profilbild auf youtube einfach vor so einem schwarz gelben hintergrund ist alter ich habe mich bescheuert also das kann doch nicht wahr sein was für dich ja geil wäre was denn so eine grüne band ja auf jeden fall so ein greenscreen ja auf jeden fall geil aber hast mal geguckt was die kosten die scheiß dinge ja nicht ich hab ich wollte ja was muss haben ja ja ist voll in ordnung ich habe auch schon darüber nachgedacht aber erst brauche ich einen guten computer der mit einer webcam gut klar kommt weil mein laptop schafft das einfach nicht ich habe es halt jetzt zwei dreimal versucht funktioniert halt nicht und erst dann kann ich mir über einen greenscreen gedanken machen weil diese kamera die ich jetzt verwende die erkennt nicht mal einen greenscreen alter die erkennt die nicht mal was in der kamera hast du eigentlich einfach die eingebaute streamer bei laptop ja ich brauche mal noch einen eigenen computer zusammen du bist die ganze am grinsen alter die webcam stört mich da so ein bisschen pack sie doch wieder auf die andere seite ja aber das sieht irgendwie dämlich aus weil ich ja so gucke und dann gucke ich ja gar nicht zum bildschirm hin das sieht irgendwie dumm aus verstört mich gerade selbst so ein bisschen macht man ja auf der anderen seite ich lasse ihn jetzt da wo ist jetzt zick ich rum schanken chancen stadt fanny wieso schreibst du eigentlich weiß so eine zahl dahinter du weißt das über weiß einfach bloß nachfragst du hast da liegt der erstmal sprachnachrichten weißt du wie toll ist er denn drauf meine fresse deine fresse was mit der die da was geht alter wie kann wir gehen die wolke ziehen alles klar auch dir kann irgendwann später mal geholfen werden wer weiß wer weiß hat die ist die zone erweitert oder was meine eigene sonne wenn war das hey wie war das domina tomik den habe ich gerade ein trank geklaut ach so das hast du alter ich war gerade verwirrt der war es unsere gang dass man das überlässt sollte der klasse das ist ein youtuber der stelle rapperwächtet level der schulden diese nacht ist aber nicht 100 nein 96 jahre kann man sich eigentlich auch ein fake konto machen was was konto das bringt ja nichts das bringt ja nichts und hier wo ja grad sagen also das irgendwo also irgendwas ist man im song so alter damit man gerade wirklich auch echt übel alter ist das ein gay song alter das geht ja gar nicht Dominik Fels Ernsthaft? Was? Sag mal was du wiederhört ihr Hä? Hip-Hop Eminem alter Eminem Also sag mal was ist das Wer was? Wer was ist? Den King's CR Eminem? Ähm Du weißt nicht wer Eminem ist? Nein Willst du mich grad verarschen? Schämpf ich Nein Verarschen mich Digga der größte Rapper der Welt Gott himself Nein Alter Wo warst du die letzten 20 Jahre? Digga ich hab 14 Ja und? Digga das ist ja nicht so als wäre der vom Erdboden verschwunden der Typ existiert Kann ja sein aber ich seh ihn nicht Aber du kennst Snoop Dogg oder was? Nö Gut Besser ist das Besser ist das Ohne scheiß alter wenn man Eminem nicht kennt darf man Snoop Dogg nicht kennen ohne Mist Das wäre echt normal Aber du hast schon mal was von Michael Jackson gehört Ja Gut Wenigst etwas Oh Oh Also wenn ihr mir folgt Wenn ihr mir folgt Wenn ihr mir folgt Ich schiebe mir eine Kanone Also ich versuch sie mal zu schieben Ja ich bin grad hinter dir so halbwegs so 200 Meter hinter dir aber immer hinter dir Eminem ist der King Ach der ist bloß auch mal wieder Eminem ist Gott Alter Ohne scheiß Ja Ich hab dann nicht mal gesagt dass ich aus der Party geflogen bin Das hast du nicht gemerkt alter Ey So kennst du Ähm Eminem Ah ja Er sprichts auch noch richtig aus weißt das ist so geil alter Du kannst mir nicht erzählen dass du ihn nicht kennst Das ist doch nicht Ne ich hab's grad abgeleert und von Panikill Ne das geht nicht das 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 Ach das kenn ich Ja was los alter Ich hab mir dein Premium Hoodie bestellt Von deinem Merch Boah dankeschön Kein Ding Kein Ding für den King Ich bin so stolz So Den Den FSGalaxy Der sieht wenig so gut aus Für die anderen sieht auch nicht so gut aus Warte das ist super dein Merch jetzt mal angucken Ähm wenn ihr den über Streamlabs Wenn du über Streamlabs Klamotten bestellt Dann werdet ihr dem Stream angezeigt übrigens Ich wollte es schon mal erwähnt haben Beim anderen gibt es zwar mehr Auswahl Aber ähm Ja wenn du über Streamlabs dann werdet ihr dem Stream gezeigt Aber dafür gibt es beim anderen mehr Auswahl Das muss halt jeder selber wissen Dominik Hartz 4 Sniper Äh Die Sniper Hartz 4 Sniper Hartz 4 Sniper Ist auch geil Das hab ich auch noch nie gehört alter Digger du bist so billig alter Du bist Hartz 4 Oh dann 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 Das geht Das gehtne alter Das war super dünn Das ist Johannes kommt alter Und der Stream dreht durch alter Das ist so genial Scheiße Sturm Ah kacke Das hab ich jetzt gar nicht gerallt Dass der schon so weit hinter mir ist Kacke Ich auch nichts Fuck man Ich brauchne einen Jumppad Ich brauch einen Riss Ich will einen Riss das habe ich wahrscheinlich schon gescheckt aber das ist ja schon so dicht hinter mir ist habe ja noch nicht gerallt ich habe mit der kanone total verschossen alter herzlichen glückwunsch wo alter ich habe noch 50 prozent leben ja obert gehen kann weil wenn du in gta online bei kein zentler wieso geben gta spieler wurde an eure komplexes geld entzogen das glaube ich nicht ich wollte online ich hatte noch alles kann man mal gucken wie gesagt ich habe ein bisschen vor heute länger zu stimmen ist ja auch ein samstag und so da kann man ruhig mal ein bisschen länger machen scheiße falsche richtung kacke gegner mit was ich lebe halt noch macht sie kalt und redet mich youtube nats willi alles klar der so viel zu stream habe ich habe ich die steam einstellen überhaupt noch drinnen alter ich weiß das gar nicht muss mal gucken ich muss mal gucken ob ich den stream modus überhaupt noch drin habe wenn ich denn jetzt auch die schnell finde alter wieso kann ich denn hier nicht runter blättern ich sehe nicht alles eben fotzenkind kann doch nicht wahr sein alter ach hier reiht er ist ja dominik die 90 hat sich der robert kult oder was er hatte automatisch türen bauen das ist mir scheiß egal man ich will hier dings was ist denn mit dir nicht richtig alter ach denn nicht kommt ja den stream modus wieder an aber ich weiß nicht wo der ist es gibt ja so viele optionen mittlerweile oh man und dann ohne mich was ohne dich weißt du ein starker mann und sonst so frauen oder was geht denn ab jetzt jetzt bin ich mir da neulich geht ja wir spielen jetzt fortnite und machen den gta zock ich aus der party wartet doch mal kurz bitte ich wollte hören was du sagst man was los ich wollte sagen wir können dann noch ein bisschen gta spielen und kann er nie kurz sein vor kurz wie gesagt das film kann länger gehen alter ist es vollkommen egal da muss das haben wir und den titel nachher erinnern der rest ist vollkommen egal man gar kein problem die gab so lange ich so lange ich sagen ich 15 30 fertig bin ist mir erst recht nach 15 uhr sagen wir 15 uhr dumm ich weiß warum ich hab nämlich gerade mal keinen bock mehr auf fortnite oder ohne schuss also bei gta können wir ja sowieso alle mitmachen das ist es direkt auch weil die können die leute mitmachen das geht halt nicht weil johannes zu können aber johannes funktioniert leider geht ja nicht mehr deswegen ist johannes dann raus leider ich zeigte vorderlöse ja ich kann doch mir wenn er keinen bock hat gleich noch ein paar runden einlösen das geht ok ja und 10 minuten klub alter und weiter geht es ja also wenn das gta geht dann sagt man sich das halt endlich nicht auf ich muss halt nur eine waffe finden oder praktisch aber ich habe ein bisschen platz weil der freundheit sucht die wie geht es hier schön dass du reinschauen du kannst du kannst nicht einlösung ich will kurz noch von stream das ich muss kurz das video angucken wenn es nach einem zeug oder so ne ne dann kann ich es kurz angucken und soll es dann ja wie gesagt das ist ein ganzer kanal ne da musst du halt die videos raussuchen die du halt brauchst gerade für deine vorlieben ich brauch ja nur ein video halt dass du mir gewennt hast weil so viel will ich auch nicht machen mit spenden das muss ich damit meine älterer halt ab lange ich kann ja nicht selber mit meinem konto bestimmen ne man kennt ne ja ich weiß dass du es nicht kennst das hat damit nichts zu tun bloß ich hatte nie das problem dass meine älteren über mein konto bestimmt haben die jetzt digga also ich hab schon immer über mein eigenes konto bestimmt es gab nie den zeitpunkt wo meine eltern gesagt haben das kannst du mit deinem geld nicht machen oder das kannst du mit deinem geld nicht machen ich durfte immer mit mein geld machen was ich wollte wegen geld wegen kontonummern halt äh wegen spendenaktionen soll ich machen also bei mir in fortnite dann soll ich das eher darf ich halt nicht das hätten meine eltern halt auch nicht gejuckt also ist ja meine sache was ich damit mache ne digga das ist ja andere älter das vertrauen ist das so mal gucken ich will wenn ich das kam dann wenn ich dann da ich bin leider zu weit weg sonst bringen sie mir ist auch fast die freier da ich glaube zum schockplatz mich hier mal sind alles gut als gut haben halt jetzt nur ein zuschauer so sagt ja aber umso länger ist umso mehr werden es noch ja auch ich kenne das spiel ich muss einmal drüben wenden und der neu anfangen ja stimmt das muss ich zum beispiel nicht machen deswegen will ich das ja machen wird mich belassen jetzt ein gegner als ich das erste mal auf stream das halt gesünder habe habe ich halt fünf teams gemacht ich hab hier nichts machen was habe ich mit zehn millionen wird er gerade anfangen ich weiß nicht mehr was ich kaufen soll gerade yes alter mein kill ich hätte auch ein bisschen gefeucht ja ja danke ja alles gut was kann man mit zehn millionen machen ja ich würde mein gebäude kaufen was habe ich für dich ach du mein schild sagt doch benutzt auch die deutschen tippt auch schild aber ja 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 ich höre dich doch der war gleich tot war der gleich tot mir geht es relativ gut ich hatte gestern op im mundbereich die merke ich kaum was von und ich bin etwas stärker verschnuppt aber ansonsten geht es danke der nachfrage so nett von dir das kann mir zum glück auch nicht passieren dass mein kontrolle ausgeht weil ich mein kontrolle die ganze zeit am leben mit dem laptop verbunden habe über ein kabel also es wird dauerhaft aufgeladen wenn ich zu ja ich habe nur großen gefunden der ist ja ist gut dann kann ich den aufbewahren erst mal und mir meine sturm suchen so langsam gott ich hoffe ich habe davon gehört an hingeschmissen auch eine graue nähe ich brauche eine andere farbe graue ich nicht bin ich blau ja blau nämlich ich habe irgendwas bin dann nicht so wählerisch obwohl die gefällt mir die gefällt mir natürlich noch besser wie komische ganz schnuch ganz schnell bewegt dann hoch 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 weiter wo seid mir da schon wieder kannst du morgen nachmittag mit zanni klack können wir gerne machen wenn zanni zeit hat ne zanni hat morgen keine zeit glaube ich glaube ich kann morgen nicht aber morgen nachmittag also von 15 30 bis ungefähr 18 uhr bin leider etwas abgeschmissen abkömmelig sagen wir es mal so da werde ich nicht zocken kann weil ich damals war ich da mein lieblings hobby nach der warum bist du da hinten alleine was los ja das was natürlich schlecht ankommen so angst mich irgendein tut also johannes erst domine kennst das spiel so darf ich den rest oder wie sieht es aus jetzt kann ich damit leben alter obwohl warte mal tauschen wie die noch aus gut jetzt bin ich zufrieden jetzt habe ich hier geben und jetzt hören aber ohne raketenwerfer wo ist die lukin sollte ja ich brauche noch moni für einige sachen gut andersrum das problem aber du weißt was ich meine du ja auch alles verändern kannst ja diesmal sind wir uns ja auch halbwegs durch ne also ja so klein ist die zone ja auch noch nicht ja das geht aber ich habe mal so eine zone gehabt mit äh kann auch die spieler aus 40 50 spieler noch Alibad schnell tot hier Nico ach ne da fast nicht weiß schade was denn da kannst du mir vielleicht auch dabei in einem Turnier habe ich einmal äh das war ein Ding ins Pro Turnier wegen war ein Timo wir sind Gegner hallo warte mal kurz jetzt wir sind Gegner ja ist klar ich bin unterwegs um ihn ja nico äh hier liegen jetzt mal am Turnier mit irgendwie 30 Punkten in einer kleinen zone also da waren nicht mehr viele haben noch 70 Leute gelebt das war eine extrem kleine zone das war Horror wo ist der jetzt ja ich weiß was ach da hinten schaut er der Händler läuft weg Richtung Süd Südwest Johannes hat ihn schon scheiße neben mir kacke auch kommen das kann doch nicht sein alter auch da sind die halt zu zweit ach komm dann fickt uns doch in euren Arsch die dreckigen kleinen Bastard da ohne fuck it hallo hört ihr ja eh ha ja geil trost geil das ist doch alles für ein Arsch alter ach komm ne ich bin raus von mir aus können wir auch ein GTA rüber weil irgendwie es bringt ja nix alter ich bin ich ich gehe gerade geht ja ich hab da kann ich hab ganz ehrlich ja gut ich stelle mal kurz auf be right back leute und gleich wieder da ich schieß ich schieß den in den Kopf ich hab den zweimal jetzt warte mal bitte ich hab den zweimal in den Kopf geschossen ich hab den zweimal in den Kopf geschossen und und zwei und zweimal mit der Skull der überlebt ist kann jetzt sein sorry ich bin nicht raus äh seid ihr jetzt alle GTA ja ne und GTA meine freunde da sind wir wieder im streamen leute wie weit weg alte endlich wieder zurück ach das ist schön wieder hier zu sein Gwent hat zum scheiß Auto alter auf die Fähne von unserem auf dem was wir das eigentlich noch machen wollen Prozent ja aber ich guck mal erstmal wegen dieses muss machen wegen deinem komischen Geldproblem was du hattest werde ich erstmal gucken und dann äh ich auch machen wir eine Abstimmung sagen wir mal weil ich kann ja jetzt nicht für alle entscheiden ne also ich hab jetzt wieder 2,8 Millionen erstmal wieder und was ist da gekommen? äh ob wir sein Rennen spielen wollen ich mein Dummi würd man wahrscheinlich eh ja sagen wir wollten auch gestern ein Rennen gegen den Wagner machen ach ja stimmt ja das können wir gerne machen auf jeden Fall ja aber und irgendwer hat doch ja ich mach mal doch eine Freundesitzung ne ich hab eine öffentliche Solositzung also deswegen ist die öffentliche also kann man hier auch andere Sachen machen ja aber ich bin glaub ich mit dir nicht befreundet oder? aber das können wir ändern das können wir ändern außerdem müssen wir befreundet sein weißt doch 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 wir sind befreundet ich ändere mal kurz hier ähm einfach rauf let's play bis mir ein besserer Titel einfällt ach so das kann uns nicht mehr laufen weil ich schärfte das jetzt was ich mir gedacht hab so zack sollte der Streamtitel auf jeden Fall schon mal bei YouTube gannert worden sein es war immer noch das Thumbnail drin aber scheiß drauf ist mir egal das Ende Ende später doch wenn du jetzt nicht als erzter ist hab 6 ich hab dir grad was geschickt du hast mir grad was gecheckt Digga? ja ist gerade angekommen jetzt wird ja auf jeden Mann Jungs hier hätte gleich mal ne Idee was wir machen könnten Jungs hier hätte gleich mal ne Idee was wir machen könnten weil ich hab ein geiles Gefährt eben gekauft was wir dafür gut benutzen können irgendwer wollte doch eben was Parkour scheiße spielen ja ich hab ein anderes Rennen auf dem ich fassen kann selbst wenn Nico die so verfrust bin ich will um Parkour zu spielen Digga Geld wurde abgezogen ich hab ich hab 9 Mille Digga wo wo mir Geld abgezogen ich hab nur noch 3 Mille ich muss euch beitreten ich bin doch gar kein beigetreten ich bin gar kein beigetreten ich kann doch wahnsinnig wenn wir nicht aus wenn ich nicht aus dem Kanto da platzt man den schnitt 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 schlimm ne definitiv jetzt hättet ihr nach vor einem kleinen Rennen mit Felix Lust ein Tuning Treffen zu machen kleines weil ich hab mir eben was geiles gekauft was glaubst du so richtig Geld hast dann müsste ich erst mal ein Auto tun wahrscheinlich diesmal haben wir gleichzeitig angefangen zu sprechen ne was gar nicht gekauft ich müsste das schon mal meine ganzen Autos suchen wo die rumstehen kannst du drüber machen ich mach grad eh nicht nur 5 Kilometer freundlich oder wegen so 6 Kilometer lang hat ne ich muss mal ein neues Auto auf tunen dafür extra weil meine Autos sind jetzt sind jetzt nicht auf Tuning ausgelegt sondern auf Leistung und auf meinen Geschmack was Aussehen angeht die sind jetzt nicht so wirklich ne ich bin noch drin was willst denn ich kann nicht nur nicht sehen ich bin schon da also ja ich muss erst mal raus finden alter ich finde ihn die raus aus dem Drecksladen die da sag mir mal wo der Ausgang ist du Penner alter wo ist der Ausgang wo bist du in der Arena da wo die Werkstatt ist muss das nicht am Grafen vor einfach ja ich geh gleich warte mal ich guck mal ob ich für alles Muni habe ne natürlich nicht mein Snipe ist schon wieder halb leer äh die ist voll die ist voll die ist voll die ist voll alle voll sehr geil wofür hab ich jetzt RP bekommen Arena Angestellter ach dafür kriegt man jetzt auch schon RP oh ist ja nice alter fett leider bist du schon da für 480 also die kleine RP da gibt es ja auch nicht mehr viel doch man das ist das Leben ist das das ist einfach Leben wie lange spielst du jetzt schon GTA seit es auf PS4 rausgekommen ist wann kam es auf PS4 raus lange noch auf jeden Fall lange noch und damals haben ich und Felix ja ich und Felix glaube ich haben sich im in 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 GTA haben wir uns kennengelernt ja mhm damals noch über Valhalla und Belly und so äh unser jetzt nicht mehr Zocker die zocken jetzt zu so anders na die zocken zur Zeit gar nicht die haben gerade andere Sachen und ich erzähl jetzt nicht was aber ich weiß es und das ist auch besser dass sie sie erst mal darum kümmern kann ich es mir denken äh wenn es um die beiden geht ja ich denke schon also man kann es sich denken der Zuschauer gut lernen ich wollte ja zuschauen gut also wie viel hast du ich hoffe es hat ja kommst du auch in unsere Lobby ich bin dabei ich bin dabei gibt es das Ziegenbike ich hab's halt noch nicht gefunden aber ich kann nachher nochmal nach Motorrädern direkt gucken aber ich bezweifle es ne gibt's doch nicht das ist ein Ziegenbike ja ähm er fragt mich halt bei jedem Stream wenn er drinne ist ob es das Ziegenbike gibt äh nix gegen dich jetzt persönlich nur ich find's halt nicht ich find's einfach nicht ich guck halt jedes mal wenn ich in GTA reingehe besonders wenn es eine Woche her ist ob irgendwas neues dazugekommen ist aber es gibt halt aber nix neues also jetzt nichts was mir auffallen würde ich check's ich check's mal kurz aus aber sowieso ich weiß gibt's keine ich mach ich hab ein Totenkopf ich hab ein Ziegenbike hab ich auch noch nie gehört der Ziegenbike glaub ich gibt's übernähe so ich bin jetzt auf dem Flughafen direkt ne ich bin sofort auf zwei Kilometer ich muss ja eh dahin wegen meiner Mission gerade ich muss das komische äh Dingens ne ich bring nur für meinen Nachtjob eine Anlage gerade da hin ach so also ich bin so ja so ich muss ja eh das zu kaufen gibt's eigentlich mal wieder so Glitch für Geld ich brauch Geld äh einmal in der Woche meistens äh ah Felix hättest du nachher noch kurz Lust mir ganz gut zu helfen wobei äh ich dub nachher wieder Autos du müsstest nur in meiner Garage und dich in mein Auto setzen und äh eine äh von hier vom Internetbrowser ingame einmal auf ne Webseite gehen mhm na pff ach warum nicht Dreh durch Alter Dreh durch Dreh durch Alter Dreh durch in welchem Partner kriegst du jetzt an Business am Flughafen? Wagner so wie du gesagt hast das ist gut das ist gut hast du so gut gemacht du musst es nicht auf der Karte eigentlich sogar sehen, dass ich es hier mit mir mache ähm wenn ich die Karte groß mach vielleicht äh ja sehe ich was ist denn das ist das so ein rotes Symbol oder was? ja du bist so ein leicht rötliches Symbol ja aber halt mit hier ähm diesen Freundschafts-Emblem also diesen blauen Halbkreis ja okay okay dann ist es auf jeden Fall keine Mission wo man einen beplauen kann so gesehen dabei achso ich wollte ja hier auch nochmal gucken doch könnte man man könnte zerstören und dafür Geld und EP kriegen aber das bringt halt mir persönlich hat das noch nie was gebracht und 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 ja zum Beispiel bei Autos schmuggeln kann ich es verstehen weil du kannst das Auto halt abnehmen und selber zu deiner Werkstatt bringen verstehe ich voll und ganz aber alles andere für ähm bisschen Geld oder so weißt du und für ein bisschen EP das macht für mich gar keinen Sinn ja das ist komplette Verschwendung ich wickel so so dann muss ich gerne nochmal kurz mal aufladen und komm nicht her so komm ja auf dreh durch man lass die Reifen durchdrehen Digga alter Schwede wie die drehen oh ist das nice oh wo bleibt denn der Typ der mit mir ein Rennen fahren will oh geil mhhh das sieht aber echt nice aus alter so ein blauen Licht alter ja das fett ist übel wolltest du mich da dran nee ich hab was mit Sabrems gespielt achso weil es sah aber aus als du so bewirken werfst ich war hier durch die Gegend aber ich hab zu schwer gesenkt dass du kommst kannst du Rennen fahren klar wir können nachher auch gerne Rennen fahren ähm ich hab da gar kein Problem mit die können amal die können auch normale Rennen fahren die einen nicht ähm seelisch killen ich hab was du angst hast dass du's nicht schaffst ja mir ist es eigentlich ziemlich egal mittlerweile also obwohl du gestern bei diesem ähm Asia Rennen was ich da hatte auch ziemlich gekotzt hast ähm wenn du PTA haust dann kannst du in unsere Party kommen und kannst du mit Wunsch mitspielen gerne solange korrekt ist ist mir alles recht wenn wir in den lobby zu ballern scheiß drauf ihre hersteller in einer kuh drin aber haben seine gang scheiße mal wieder so viel verloren den kann sie nicht losgehen der ist bei 7 nicht mehr so langweilig hier hallo christian lang wie geht's dir dann ganz hoch vorbeischauen so bleibt er jetzt da ist er warum fährst du nur außen rum was denn mit dir komm einfach her hier komm einfach her hier wir wollen erst mal unsere rennt von erzählen los er trägt halt rum weißt du den trick kenne ich übrigens schon ja es gab schon zwei autos die meinen wagen halb besiegt haben aber halt durch so einen ähnlichen trick es gibt nicht viele es gibt aber nicht viele autos die ganzen ich glaube er ist der schnellste aber ich wollte mir den lambo eh noch holen siehst du siehst du er hat wer ist der tarnow der Ferrari der Affen von er feli und und von warte mal ich habe was macht mir vom der und meine Reifen sind kaputt an und doch hätte ich gefahren und so ein problem auch dahin auf der anderen seite kannst du ja wenigstens die tue zu machen weißt du echt jetzt am flughafen warte ist er also warte mal wenn das im auto ist er da das wird lustig für dich das wird lustig für dich ach sali alter ja was los hallo hi wie kam ich nicht warte kurz ich soll nicht sprung weiß nicht wenn ich auf ehrliche spielweise glitschen und wenn ich glitschen dann gibt es alter ihr ne alter ich hau ab komm ihr mit euren tricks und glitsches hier ne ey komm fickt euch doch also wenn holt mal alle jetzt wenn ich am wochenende zum beispiel fünf millionen auf ehrliche weise verdienen will dann mache ich das mit meinem motorrad club oder halt auch oder halt auch mit dem wie heißt das bunker glaube ich war das wo man waffenlieferungen machen kann das ist genauso geil ich habe halt nicht zu vor der autos und oder hat das schönes was weiß das der auto ich hab den selben trick gemacht wie du ihn das soll sein zentorn oder was ich habe ein netz vor der autos eben als der arena bock aber ja bei der arena ist halt das traurige das spiel macht spaß also die spiele da machen spaß bloß man verdient dabei halt so nicht wirklich was aber aber kannst du denn die tisch mehr oder nicht das ist eine frage ich glitschte zeit nicht weil ja ich brauchst du zeit nicht sorry ich hab schon mal ja klar nö alles gut alles gut okay weil ich brauche ich jetzt ein bisschen geld dachte ich da kannst du noch helfen ähm Geld machen vielleicht auch nur noch 10 million Geld machen geht immer äh ich hab nur 500.000 ich hab nur 500.000 Domi was machst du eigentlich gerade im kreis von im kreis von sagte alter darf ich mir den nicht fahren ich auch das vom Air Force pass mal auf ich darf mich den nicht fahren oder wie bitte nix fahren hörst du doch geil ja dann machen wir jetzt nämlich was äh wir fahren mal kurz wohin äh 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 wieso hat mir jetzt einer den GPS wurde eingegeben was los äh sorry das hab ich noch jetzt auch hä warum kick ich dich die ganze bei mir will ich dich die ganze kicken hä ne ich will in die Basis komm steck mal ein und jetzt ja und dann geht das so rüber siehst du das ist hier gar nichts und du musst raus hä hä warte mal ich guck mal wer bei mir in die Fahrzeuge einsteigen darf äh Fahrzeugzugang jeder also ich weiß nicht woran es liegt warte lass mich mal ich weiß es halt wirklich nicht hä siehst du siehst du siehst du es und dann warte ein bisschen und dann bist du draußen oh sorry 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 hä das muss ja denn an mein auto oder an mir liegen irgendwie weißt was aber bei mir hat schon mal bei mir einzustellen hä komisch und denn sorry nochmal warte noch mal jetzt noch mal ich hab auch hier äh bei ihm geht's nur mal so aber wenn ich da dir war so kurz der Weg morgen ich will die Einstein so machen wir dann was dir dann dann kippt er sich so auf A drauf dann bin ich in dir drin und dann falle ich aus warte ich denke mal aus lass mich ja mal zu einstellen auf dem Fahrrad bis dann kann ich vielleicht selber immer mehr zurück äh es wird hier extra ausgestiegen hier weißt du ich bin gleich am Flughafen mit meinem schönen Fahrzeug Dankeschön dass mein tschüss und noch das Ehrenmann alter was los hier geh doch mal weg hier ihr spaß Leute das ist mein Auto verpisst euch Gott ich stell jetzt ein so also ich werde jetzt fahren du steig das ein und jetzt ok jetzt ist nichts ja sei ja normalerweise würde ich jetzt rauskicken dich dann bin ich in dir drin und dann zehn Sekunden später pack ich raus versuch's auch mal jetzt äh ja das ist ein äh mit von GTA du kannst mitfahren bei Israel einfach nur mit ich kicke mich aber mir kann ja mitfahren ja ich habe eine mission alter ich muss mich dabei eilen alter kacke was denn los bin ich hier richtig guck mal auf Karte bin ich hier richtig guck mal auf Karte Digga lass mich mal durch hier ich zeig dir nicht wo ihr ihn müsst nur bin ich richtig hier warte gucke was habe ich denn da für ein bisschen kann ich mich da ein von bitte nicht zu meinem Auto naja auf dem Pass das ist perfekt mito Perfekt mito oh 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 wir fahren hier ein bisschen rum kann schon nicht so auf den Pass nicht und ihr beiden könnt euch da auch ein Auto fallen wenn wir was ist ich bin jetzt gerade ey äh bild mal reden wie schnell mein Auto ist warte kurz wo als er da kommt er erstmal mit dem disco bus alter was denn los so wer von euch braucht jetzt kein geld ja gut dann können wir gleich was machen ich mache bloß kurz eine mission und dann kommen kurz mal was machen nee dann machen wir schon raubbefall dann kriegt übrigens ein bisschen was alles gut bei dem die ich mache das sind die von der basis das sind nicht die normalen sondern die von der basis da kriegt man schon ein bisschen mehr bei raus ich weiß ich hab's ja eigentlich schon von der basis macht das so ja ich nur nicht alles ich habe ja ich glaube beim zweiten also das sollte zeit ist lustig ja kommt kein plan aber wenn ich noch nicht fertig aber sie hat noch nicht aber lustig wird was denn hier los alter am ende lustig machen wir zu zweit oder das geht ja jeder der mitmachen will halt diese bullen immer alter wieso rauben die immer meine bestände aus aber was was haben die denn hier jetzt ausgeraubt ist das nur gras wenn das nur gras ist ist mir eigentlich ziemlich egal ach man ey leute was warst du gerade so los gerade weg hat er gesagt ja aber er fährt die ganzen ach so nico ist weg nico ist weg jetzt ich habe mir was warst du gerade mit einem musikbus für das themen treffen jetzt warum musst du das machen ich habe mir das sind noch nicht drauf ach so ich habe mir den gar nicht gekauft extra ich habe mir eigentlich nur sechs millionen ich knabbere meistens habe ich habe mir aber ich habe mir auch ich habe auch gewünscht mit der arena kann sie bieten bei bringen ich will auch so brauchen wir haben ich habe eine reine Werkstatt konnte er sich zusammen machen soll ich machen ich muss nur bezahlen den anfordern zu lassen was muss machen ich muss immer dafür bezahlen scheiße ja bei mir wo gerade ein labor ausgeraubt sorry digga da musste ich los da musste ich mal schnell hin das war tatsächlich das machen das war tatsächlich das mech labor ist es so dumm oder ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt wie ich den stream im endeffekt nennen werde alter meine drogen beichte der knall mit ob während ich trinke du bastard was willst du denn schwanzlutschene fehl alter gott so dann kommen wir wieder zurück zu euch nein nein ich schufe weg jetzt war der weg da ist aber verloren das ist eigentlich die kunst mit diesen ich bin zuvor perfekt 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 der reihe morgen ab haben wir haben und wie immer wieder hin zu sehen weil es nicht darum wenn mit dem ding zur öffnung zu kaufen kommen das ist echt ne Kunst das Ding passt mit keine Brücke ich komme zurück zu dir cool dann brauchen wir auch keine Überfälle mehr machen find ihn nice ui wir machen noch flacher nein 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 so ist jetzt alles unten das ist alles unten ich komme noch mit nem halben Partybooks ok die Hälfte ist aber noch da das ist noch in Ordnung warum sind sie denn oberen Brückenwagen ich suche mir mal rein zu zerreden ich komme du musst zum Ding warum fahren sie nicht auf dir auszufahren weil ich dann wegen dem Brücken noch hin komme ja aber was ist da hinten fach dir mal fach langsam kurz mal wo bist du denn? und umi und umi du musst da mal hin was geht ab und los so wollt ihr das Ziegenbeid noch so ne da war ja was nein nein ruhig hä da gehst du runter oder nicht da gehst du runter oder nicht da gehst du runter genau da gehst du runter runter ne runter da kann ich mal hoch gehen ja aber probieren wir es aus demon deflash jera zombie ich kann drehen das ist vielleicht ein Lkw ja ich schaue noch mal kurz vor ok da wär dann so ne Dienst aber jetzt müsstest du schaust du das? ne oder? doch doch das das sollte ich schaffen schau warte mal kurz ne 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 schaust du nicht es gibt die kraft also hier nicht fahr ganz im rand ich hab ne idee abmach dieser scheiß endlich das ist ja ey ich zieh den ja mal aus dem Fett und dann sind die weg ziehen bike kein bike kein bike kein bike kein bike da war ein bike jetzt war das elektro ne ne wenn 6 kann ich mitspielen äh klar kannst du mitspielen ich weiß ja nicht ob du es ein hast es kommt immer mehr Leute es geht es geht ab ja geht nicht äh klar kannst du mitmachen ähm bisschen kramen ein bisschen aber glaub auch die wahres Effekte na du mir schmeckt aber hä das sind aber noch viel zu viel Spiel da schau ich weiß halt nicht ob ich den schon hab alter ja aber ich weiß nicht wenn du unten die Boxen hast also den Kopf mhm kommst du mir in den Faschen du kannst du erst mich mir in den Faschen ich kann dir bitte gerne mal unten schreien oder was in der Faschen machen das killt dann immer so ne ja es ist krass g'schrehen nico boah mach mal weiß ich ramm dich ich ramm dich ein bisschen oder nach vorne und nach hinten ramm ich komm mir nicht mehr weg also Domi was machst du ohhhh ooouh ooooh 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 die farbe ist so nice alter jetzt habe ich nur noch ein zuschauer bei dir kommen immer mehr bei mir wenn es immer weniger bei dir hat sogar gesagt der kopf ist schon kaputt bei mir darauf das ist schon bei mir bei mir bei mir ist der kopf da ich stehe dahin ich bin doch da sehr schön ich habe es jetzt aber einmal mit der aktie auf der aufschlage geradeaus wenn ich mit dieser ja ich schaue nur kurz da was ist das ist dann sage ich ob ich das ob oder nicht wie ein ich glaube du musst doch wahrer scheibe hatte das sind wieder schilder egal ob er jetzt runter im kipfel mit der kreis erinnert werden wir haben und er ist um die kommen so kaufend für die römer vorhanden für ihn wach hat aber auch ein paar Wurzbarko der Künstler und Schatten der Schwede ist sehr schnell Aua 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 da da lang wir müssen kurz über die Brüder runter die hat er reinten lassen und dann das verdient ist ich vertraue ich sag doch du musst irgendwas gemacht haben ich bin jetzt gleich mal da habe ich dem bisschen geholfen oder ich habe es kaputt gefahren aber egal wie wir es sonst nicht schaffen können doch ich hätte aber komplett hinten hindurch fahren müssen und dann auf komplett anderen seite wir sind zehn kilometer noch gewesen insgesamt weg da fahrt der bus dann fahrt der bus geht das bei gott sein das auto zu ja was los komm raus kommt der party bus geht gleich los ich tue gerade noch okay ich hoffe dann ich muss mir dann zeigen nachdem du hin gefahren bist wer ist deine mutter das bin ich wer ist wenn du wovon jetzt alle hin warum holen jetzt alle ab ich komm doch gerade aus ich hab Glocke aktiviert ein Abo da gelassen und ein Like da ja was neisser typ ja man du schau auch mal bitte bei Felix blieb dabei ich hab eh schon gesagt wie Felix heißt aber Felix hat nicht gesagt ich hab eh schon Felix gefragt wie heißt schreib mir denn in die Kommentare wie der heißt äh warte ja Felix du kannst du das mit frustrieren f-e-l-i-x-s-p-e-e-e-d warte 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 ich bin nicht von deinen youtube waffeln sie hab link reingesendet am Muckel naja Speedy Leute habt ihr viele waffeln alle ja ok ich hab keine wie's facecams überall also brauchst keine richtig brauchst du zu nennen hast du gute Autos? ja was machst du? was hast du da drin? Leute ich hab ein bisschen Angst wegen Domi weil ich hab mir aus dem Auto reingeschossen bin ich denn eurer Lavi? äh pass auf Domi will eben was von ihm eiii ist Domi ok nein ist nicht was ist der Autos Domi? aber lass mein Auto in Ruhe ja ja es geht wegen was anderes äh Domi ähm ich mach nichts ja was ist der Autos Domi Domi was passiert wenn ich damit einmal auf dein Auto schieße? wo seid ihr? ich schätze alles für einen TT ne ja ja ok schön schön wo fahrt ihr denn hin alles? ich bin beim Autotune also alles gut ey killer warte nur kurz heisst ich werde euch hier hin jungs passen wir Gott hä? hier kommt die Autos Domi nice ich bin jetzt weg dann kannst du weiter Niko kannst du mir kurz im Gefallen tun was? boah so ein dunkles blau alter ich bin jetzt mal weit von mir weg dass ich mir neu befinden kann so ein dunkles blau ne es geht nicht zum einzigen Mann wagen wegen Domi obwoll geht es Kuhfarbe sind? darfst du dich sternen oder? obwoll geht es Kuhfarbe sind? obwoll geht es Kuhfarbe sind? es geht auch ne? ja alter ist nice komm nimm wir Domi? äh was? warte mal was? darf ich zerstören? welches? ja das doch ne das steht hier ne leiche achso ein städtchen ne leiche? fahrt immer ja ein autoleiche fahrt immer kurz an die seite achso ich wollte grad sagen ein städtchen ne leiche hört sich irgendwie komisch an ja warte das war es dann mal wieder komplett ich spiel aus Clash of Clans und Clash Royale wohin muss ich damit fahren? weit genug kommen wir weg äh ich spiel Clash Royale aber äh World Stars glaub ich spiel ich nicht ey abho und abho und hier abho und hab auf den Ersten gemacht sag mir jetzt so nichts seid ihr weg davon? ey ey darfst du den anderen tüten? hihihi du darfst du gar kein tüten hihihi ich hab er abho und mal an sein Auto gemacht ich hab er abho und mal an sein Auto gemacht ich hab's weggefangen ähm jungs fehlt mal diesen Ben ja das ist der hier im lobby ist meiiiiiiiin warum kühlst du mich dann? du warst echt pion du fangst auf und mich kühlen darfst und dann kühlst du mich das ist mein Auto pisstisch Leute Leute ich hab 10 Stunden gebraucht um diese scheiß Karrieren zu bringen was ist? habt ihr grad ja der Partiebus wird das gehört ernsthaft? alter das ist mies ja irgendwer hat in Luft von diesem Van von diesem Van da war ja ja nächsten einer ich weiß wie lange wir dafür gebraucht haben nachher zu bringen ja mein Auto kaputt hat er einen Kanal mit dem du zockst ähm der Nico hat einen Kanal und der Flo glaub ich hat auch einen naja so einmal da ich ich nicht tigger wenn mein Auto zerstört wird aus der Lobby gemobbt nur mal so wie gefällt die heißen nico heißt fortnite 1 1 2 und flo wie heißt du eigentlich auf youtube gaming tv genau ja ach komm ich bin blöd man lasst mich ich muss ja nicht so viel zahlen jungs wir verlegen das tür in den treffen einfach am pier weil man aktiv ist am pier spaw und dann bleibt er auch heile am pier parkplatz wisst ihr was ist hier soll einer von der schnitz sterben ich komme also da fährt mich hat ein bohlenauto an und ich habe einen stern will er mich verarschen wie heißen wie gesagt nico heißt fortnite genauso wie du halt mit fortnite und da eine eine ein leerzeichen dazwischen in 112 und flo heißt gaming tv jungs doch nicht am pier der scheiß bus ist hier doch nicht am pier gefroren folgt mir immer alles ich weiß nicht wo du bist kann ich gerade nicht ich habe bohlen ich habe auch keine bohlen ich rufe jetzt ich rufe jetzt ich rufe jetzt an mein geld verschwinden ich muss nichts sagen ich muss nichts sagen naja jetzt hier noch 200 sogar warte mal ich schaue noch kurz dran 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 digga der könnte echt schneller sein als der wagner alter äh 3 minuten kann ich erst zahlen also also man kann jetzt nach rufen nicht zu arbeiten bitte äh wer hast du gerade langgefahren ich nicht ja mein autokosch warte mal woe warte mal was zu er ist das schädlich ich hoffe ich glaube ich ein paar spieler bei getreten hoffe ich mach das nicht kaputt ach du schade Ich weiß nicht, wenn ich auch kicken heute nicht. Ich weiß nicht, wenn ich auch kicken heute nicht. Ich weiß nicht. Ey, tu mir doch mal. Jungs, wenn Ben aus der Party gegangen ist, drück mal alle Starttaste online, dann Spieler und dann den Ben aus der Lobby kicken. Jaaa. Ach Quatsch. Äh, total. Dann soll ich wieder rauswerfen. Rauswerfen. Ja, rauswerfen drücken. Der fliegt gleich rauswerfen. Der fliegt gleich raus. Habt doch gemacht, Simon. Er ist Level 9, er macht Hackmack. Ist klar. Ich hole nur meine Fresse und der ist weg. Ich hole nur meine Fresse und der ist weg. Kannst du denn die Lübschen von euch schreiben? Wir sind wild zu fahren. Ich könnte mir gerade einen kaufen. Hätte Geld. Ja, aber Flo hast du nicht gesagt, wenn du mit dem Basel Service bist, dann muss er sich mit dem Klitsch machen. Ja, dann muss aber erstmal zum Tuning-Kräferien kommen hinten. Was ist die? Die Zuschauer von Felix. Wir sind schon, äh ne, wir sind schon so gut gegangen. Wir gehen die aufs Auto fahren oder so fassen zu einer Schraube, alter. Jürgen, bitte nicht. Felix? Jo, was geht? Hast du mit deinen Sternen weggekommen? Ja, ich bin jetzt beim Parkplatz Vampir. Oh, ich hab' dir gewollt, mich von legen nach hinten. Oh, Digi. Mein Erschlossen ist da. Geil. Was stellen? Ich bin jetzt extra hergefahren. Also, ja, Pech. Ja, mir geht's mit deinem Arsch. Erst da, dann wieder da und dann wieder da. Ich hab' einmal gesagt, eh. Ich bleibe jetzt. Ja, ich komm' hin, warte. ich finde euch macht das gar kein problem ich finde euch nein jetzt komm rein hier um platz hier kommt lambo alter seht ihr nicht alle platz da mann ich hoffe mit nanny zu spielen guck mir zu wollte der zerstörer singe ich bin das ganz ich bin ich beschimpfte erfahren wo zum geist seit jetzt sollte die unerwartung der lehnton genau weg da eben so haben wir das mal auf den jahr das ist gerade heide wird gepflegt worden ob warum sie schuldig wird hier egal ob man es ist komplett anders das ist eine zeitgeist so wollen wir rennen fahren oder mit meinem nicht wir machen mit dem kreft von meiner vorliegten kraftwerden um ein weiteres ein kaputt ich bin ich bin vor allem und aufsteigen dafür muss ich aber die schönigkeit aufbauen hier war es nur so eine frage was ich bin zu tun das ist gemacht ja sonst wenn ich aufsteige einfach auf aufsteigen geht die musik und alles aus was bringt sich so ein Tuning treffen eigentlich gucken was der Auto von uns hat mal kurz den und mit mir ein Zettel voll hier ach ich muss den noch mal kriegen aha dann ach Junge ich muss das Klingchen rufen holen wir jetzt auch los oder komm jetzt mit einem Schliff ja moin warum kommt die Feuerwehr das weiß ich nicht tunig bereits geladen zack bringe ein Auto und jetzt soll ich mir ein cooles Auto her bestellen und was soll man sagen mit der Feuerwehr machen das ist ungefähr so ein das ist ein Bild so das ist nicht da wo man nur kämpfen tut oder wo das was nico pack dieses scheiß Auto jetzt weg nein ich finde es vor dem Training Auto das ist ja das ist alles das steht da hinten das grüne ja dann hol es hin und pack dieses Ding an der Seite das mit dem nicht im Weg steht weil ich den wieder ausmachen die Feuerwehr fahrt halt durch ich guck mal den hier mal gucken was das für einer ist papier sondern das heißt wenn man es anscheinend was machen wir jetzt die ganze Zeit ja wir warten wir alle hier sind und du von der dritte Autos hier stehen hast oh mein Joker-Mobil ja achte mich halt zum Tuning-Trimponhalter warum auch immer jetzt Karl in der Nähe ist so ein Gangkrieg also ich glaube ein Gangkrieg kann man machen überraschend ja endlich mal normale Menschen ich war schon vorsichtig ich hab nicht viel ich hab nicht viel es ist ja nicht so dass du 3.500 Euro hast schon aber das ist der was man gar nicht selber bekommen hat und die Kräger was kaputt was das war Dürr Dürr fette Karo oder was geht ab hier es hätte ich mich mal zwischen Nikos Auto und mein Auto also es ist eine Benefactor online hier vorne hab's weil ich mach mal im Funnel für mein Video was nicht schlecht äh wenn ich jetzt live gehe du gehst jetzt erst gleich live Alter ich bin schon jetzt in der dritten Stunde gegangen ich muss es erst mal ich muss es erst mal im Internet alles hinbekommen ich weiß nicht nur wann machen wir das wann wann machen wir das dann mit dem Ding jetzt gleich hast du denn schon ähm wie viel Geld hast du gerade 500.000 Euro das wäre schon mal perfekt hast du die Arena Werkstatt ja hast du den Banis Motor Mechaniker da drin äh äh ähm rüste den mal eben auf der kostet nur 178.000 Euro also ist günstig ach ja ja äh das geht zu viel weiter dann rüste ihn gut drauf gell Leute das müsstest du eben noch machen im Internet einfach ja generieren ok dann können wir gleich anfangen ist gar nicht klar den ist nur das der kostet 247.000 Euro äh ich bin kurz äh äh weggnott gesetzt jetzt habe ich aber nur 265.000 Euro ja dann holen wir gleich noch ein bisschen Geld weil du brauchst 330.000 Euro äh 360.000 Euro für den Gehälter DUMIE ALDE das kriegen wir aber hin hm ich hab da grad irgendwie Sunny gehört äh Nico ja man irgendeiner guckt jetzt mal ins Film so weißt du ich war auch so sie wollte sich unbedingt nochmal hören wie ich das sag weißt du ne richtig so hier ahhh du kennst mich oh Gott geile Karre ne sorry das war nicht geplant was ich meine das ist meine ah ist echt schön ist echt schön ah 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 Jungs macht mir alle kurz Motor und Lichter an die es noch nicht haben hab ich doch ich hoffe ich hab das nicht geplant Interaktionsminute was soll der denn hier da ist ein NPC Digga verpiss dich mal hier deine Karre passt nicht zu uns das war ein BMW aber tut mir leid heute nicht so kannst du die Karre wieder abholen klicken hier der fährt mich kostenlose Karre hier den Klicke ich was ey kannst du bitte kurz einen Lampen anmachen und Motor anmachen ja wie macht mir das was los sony er lange touchbett rücken dann ein bisschen nach unten dann steht da Fahrzeuge dann ja doch mal bis nach unten mit der Steuerkreuzern persönliches Fahrzeug fernsteuern dann rückst du Motor auf ein was ist los sony was ist los sony jo perfekt ich habe mir für ein nein lass doch immer an und Felix können sie bitte aus dem Bild gehen danke perfekt das habe ich jetzt nicht wegen dir gemacht du wollte ja einfach bloß hochklettern ja ja perfekt dann habe ich schon mal Felix wer du bist du du bist da oben nicht ich bin Gott du bist es ja ja fühlt sich aus eigentlich so mit deiner Maske aus ey du wolltest schon gar nicht ausziehen mit deiner Maske äh äh ich weiß ich nicht ich habe die haha jähn warte ohne meine Maske so so oder halt auch als auftragskiller oder als urlauber oder als man also ich habe oder als FSGamer oder im Horrorstyle also ich habe... ...bester? bester? 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 Und jetzt verschwindet mein Auto spurlos passt mal auf mein auto verschwindet gleich ah o Industrial?? o g das hat jetzt eigentlich nicht passiert, ich soll eigentlich noch endlich wieder auslaufen Ich muss sogar 200.000 bezahlen Scheiße Äh Flo Ich muss sogar immer 100.000 bezahlen Ich kann schon gar nicht drüber Ähm ja Kann man machen, Sunny wo bist du? Auf dem Weg zu dir Dein Auto ist da oben Dein Auto ist da oben Ey, es ist ein Zombie Guck mal auf mein Gesicht, guck mal was ich da ausdehnen und jetzt mache Ich würde ja gerne hier Deathmatch starten wollen Aber keine Ahnung ob ihr wollt Und so weißt du Können auch rennen vorgen und so Nee, ich schießen, du hast gestern versprochen Dass wir Martin die ganze Liste von Deathmatch da machen Können wir machen Du hast dann selber gesagt Domi, Domi war dabei Domi hat's auch gehört Domi sag mal ja Nee Ich glaube, können wir nichts machen Warte ganz kurz Wir können jeden Überlegungskampf durchmachen Klar Ich hab schon die Mission gestartet Die wir gestern machen wollten Ich bin gerade am Missionar-Menü Was für die Mission Also man die ich selbst erst Ich selbst erstellt hatte Was? Gut, wartet mal, ich stell mal kurz Ich Flo, Sunny, ich stell euch beiden eine Frage Wie lange wollt ihr wach bleiben heute? Ich bleib bis 15 Uhr wach Bis 15? Ich muss nur in circa Ich muss aber circa in einer halben Stunde nach für zwei Stunden aus Gut, Sunny, hast du was dagegen Wenn wir sein zuerst machen und dann deine Liste Weil es ist ein Rennen Gut Bei mir ist nur eine Runde Genau Aber Flo, können wir das kurz machen, bitte? Also fort, warte Domi Der fliegt, Alter Domi kann fliegen Ich fahr jetzt nur mal 300.000 Dann hab ich das Dann nämlich 360.000 So, Jungs, ich hab' ich alle eingeladen Aber die in Taki sind Ist unterwegs, Digga Ist unterwegs Ist unterwegs Ich hab' nichts bekommen Ich hab' nichts bekommen Bist du noch Bist du noch Befreundet sein? Ich hab' noch nicht Freunde bekommen Aber wir sind noch Freunde, das ist das Problem Alle meine Freunde Oh yeah Warte mal, ich versuch dich mal von Freundessister auszuwählen Ich hab' alle aus aktueller Sitzung eingeladen Ach, du bist auch schlau, gell? Ja, Serge und Zombie war nicht mein Freund Er hat mich angenommen, deswegen ist er nicht reingekommen Alle aus aktueller Sitzung auch, dann werden alle eingeladen Hm? Nico, ich hab' dich auch ein bisschen eingeladen, wir sind alles schon drin Ja Außer dein Nico mal wieder Ja Schau mal Wie viel Geld kann man da eigentlich da machen, Flo? Nach dem... Also, äh Du kommt drauf an, wie viele Fahrzeuge du so plizierst Ich hab' jetzt innerhalb von Boah Vorne 4 Tagen 160 Millionen Guck mal, guck mal Hab' ich gesehen, hab' ich gesehen, hab' ich gesehen, ja Und verliert für eine 50 Jahre Ich hab dir in 4 Tagen 160 Millionen ausgegeben Boah Nur durch Autos zu plizieren Aber ich hab' lange schon keine Autos, nur durch die Autos Alter Sunny Gibt's johnte Autos oder? Krank Ja, natürlich Wo ist er denn? Trau' dem anderen Auto halt noch nicht so Wo ist er denn? Da ist er Oh, ich kann nix wetten, alter Scheiße Kacke Alter, als ich mit dem Stream angefangen hatte, hatte ich nur 5000 Weißes, alter Jetzt hab' ich 1200 Ja, über 4000 Nein, 6040 Streber Das wird interessant, weil Bei Domi weiß ich, dass er so gut fahren kann Der kann Mörder fahren, alter Wer fährt hier nicht los, Sunny, was los? Fällt die Taste gedrückt Ich kenne die Rennstrecke Das bringt gegen Domi nix, glaub' mir Ja, aber Niko, das Problem ist bei dir Du hast das langsamste Auto von uns Nö Warum hast du einen T20 vorher erst vergehen? Hä, hast du denn überhaupt Geld gemacht oder so? Ach, Alter Ja, ich bin das erste Mal letzter sein Das sind keine getrunten Wagen von mir Ich hab' den gefunden, also den genommen Was für eine Kodenszone schubst mich, Leute Du musst dich auch grad vorgeschubst, Alter Ich hab' den Fernsehen So Also ihr wollt' mir jetzt nicht echt erzählen, dass mich keiner überholt sein vorteil erkennt die strecke alles klar was hat ich gemacht was was mich ins wasser geschobst das geht zu mir falsch abgefahren ich habe mich halt da komplett raus weil ich kann gar kein ram ich sehe euch gar nicht mehr was treibt sie denn beste mann alter der watt für eine geistige strecke oder kommen wir leute alter ich höre schon wieder welche ja da sind welche alter zentorn heute alter da wurde ich weggeknallt ich wurde weggeknallt tut mir leid das war keine absicht punkt verpasst ja abschuldigung ich wollte nicht im weg stehen ich würde am anfang da komplett im fluss gelandet oh domi das wird eng hier ich will dich echt nicht ram aber du wackelst gerade ein bisschen stark ich weiß nicht von welcher seite ich hab jetzt besoffen ups schuldigung meine bremse war nicht so schön das tut mir leid das war das war keine absicht ohne mist mein gott alter scheiße ich komme nicht an die vorbei alter das nervt ich mag die strecke ich kenne ich mag die strecke nicht die geld fliegt die ganze kurve 28 ich verarsche mich nicht mein bett war ich nicht ich werde dies hier noch 29 die verabschiedete nur ein bürger von ohne witzel zum hause erheben auch von mir ist ein ein um noch nicht Mach dem einen, guck's glaub ich. Oh, zwei Rumpen. Oh, fick doch die Hände. Fick die Hände, alter. Ich bin glücklich, 28. Mann, wer ist das von mir gewesen? Oh, ja, Felix. Ne, Felix ist von 28, ne? Ja. Wer ist denn der erste, krass? Ich weiß sogar, wie alt du wirst. Ich? Ne, Felix, ich weiß wie alt Felix wird. Wer wird sie nicht sagen. Dass das Gute ist, dass ich nicht der älteste hier bin. Wer ist denn der älteste? Und ich bin ja gerade der Älteste. Ich bin der Älteste. Oh, ja, ich glaub so, oder so, ne? Ups, scheiße. Unter 14? Bist du jetzt ein Zombie? Ne, ich bin 15. 15? Okay, dann bist du, äh, bist du wirklich der Jüngste hier. Nein, das bin ich. Ich bin 14. Ja, du bist der Jüngste, ich hab doch gesagt, dann bist du wirklich der Jüngste hier. Ja, du bist der Jüngste. 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 Das ist krass, ne? Und Felix und ich gehen auf die 3D zu, das ist schlimmer. Mit Balli und Walhalla, damals war es anders, ne? Ja. Ja. Da warst du nicht der Älteste Domi. Ohne Witz. Das ist so selten, dass ich so seltene Mädchen zocken in GTA. Ich zock da schon länger. Ja, ich kenn dich ja auch kaum, aber ich sag so selten einfach nie, ne? Mich muss man auch nicht kennen, ne Felix? Doch, muss man. Doch, muss man auch. Das ist wie Blut in der Ader, alter. Das muss man unbedingt kennen. Das muss man haben. Das braucht man. So, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, ich gewinn das hier nicht mehr. Ich definitiv nicht. Wir behalten die Strecke übel. Also, über uns ehrlich. Auf Schock. Ja, das hast du welche, die fahren können. Ich kann doch gar nicht. Ich bin da noch ganz bei Kindern. Ich seh euch nicht mal auf der Karte. Ich kann doch gar nichts. Von daher. Klar, so langsam hole ich selbst einen Zombie aber auf. Das ist ganz gut. Ey, wartet mal zwei Minuten bitte. Ist euch gar nicht mal auf der Karte. Miau. Miau. Was ist groß? Was ist los? Was geht denn jetzt ab? Jetzt kommen sie wieder bei den fünf Minuten. Für nichts haben wir nur alle halbe, sondern mit rechnen die seit fünf Minuten. Ja, haben wir schon mitgekriegt. Bei Fortnite. Warst du ihr überhaupt? Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Sonst fällig total den Anschluss. Natürlich. Ihr könnt alle warten. Ja, wenn die vorne warten würden, würde ich es vielleicht auch machen. Felix, ne süßer. Komm her. Wir hinter dir. Ihr bleibt jetzt alle stehen, habe ich gehört. Ihr bleibt jetzt alle stehen. Wie bist du denn hinter mich gekommen? Ich bin noch ganz ganz schön. Ich bin noch ganz ganz schön. Ich bin noch ganz schön. Ich bin noch ganz schön in der Nähe. Ansatzweise in eurer Nähe. Du hast mich gerade überholt. Weißt du? Ich muss nur aufstehen bleiben. Du kannst alles, dass man gerade weiterfährt. Ich werde es doch schnell nicht stehen. Ich darf sie nur rollen. Krall ich halt nicht. Ich darf sie nur rollen. Ich mag schon nichts mehr. Ich war so nah bei Sergin, der ist jetzt so weit weg, weil ich stehen geblieben bin. Ey, kann ich so. Ich nur darfst zu dir kommen. Ich bin noch recht in der Nähe. Nein, du hast mich schnell ans Auto. Ich habe das schnellste Auto. Geht mir jetzt wieder. Nico, bleib stehen. Nico, bleib stehen. Ey. Ich habe die Karte im Blick. Mann, ist die Strecke eigentlich vorbei. Ich mag ihn nicht. Oh Gott, wo ist die denn? Oh, Domi ist auch noch weit weg. Ja, ist auch gleich stehen geblieben als erstes. Ich wollte das auch. Ach, ihr seid beide da hinten. Ja. Wer baut schon die Strecke heute? Wer querfällt ein heute erst kannst? Ehrlich? Wer baut überhaupt selber? Ja, ich habe jetzt noch einen Sportwagen. Der Strecke ist eigentlich für Geländewagen. Wer dacht? Okay, eben. Wer fährt die zweite? Ja, in die andere Richtung. Wer ist das? Ich fahr in die andere Richtung. Ich fahr gar nicht zum Punkt. Ich fahr in die andere Richtung. Kann man mich einfach fertig machen? Boah, Alter. Ich bin jetzt in der Stadt. Hä? Fertig und komm. Du kannst noch ein bisschen auf dich warten, dass ich wieder ein bisschen in der Nähe gekommen bin. Aber ich war eben echt ziemlich nah bei dir. Und ich bin jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit rollst. Ich fahr noch mal zurück. 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 Ich hasse die Strecke einfach. Warte. Sven, Zombie, ich komm bis zum nächsten Punkt von dir langsam. Da muss Omi auf diese... Wo auf diese Schmerzen, ich fahr noch weiter entfernt zu mir. Du wart ein bisschen weiter entfernt zu mir. Geh was. Ich komm oben zu den Punkt. Da war so ungefähr an der Strecke. Ne, Kofahrt ja auch mit der, ja. Ja, ne. Ich fahr mit Omi so ganz fahren. Okay, beide kommen jetzt aber schon. Okay, lasst gehen. Oh, jetzt bin ich letzter. Nice. Tja. Ja, bei der Geschwindigkeit zu bremsen ist immer so eine Sache. Komm, ich hab hier. Ah. Ne, verdun, weiter. Ist doch gut. Alles gut, man. Und hol das Ding, alter. Ja. Ich hab hier. Was? Ich hab doch auf euch gewartet. Ich hab euch doch vorbeiziehen lassen mit Absicht. Alles gut. Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. Du hast einen verfickten Centone und fast alle gezogen. Nico bleibt stehen vom Ziel. Damit ihr es auch noch ein bisschen. Felix, sorry, dass ich dich nochmal gerammt hab. Das war völlig unentsichtig. Oh, ist voll egal. Hab ich dich wirklich so weit weggerannt? Nö, ich bin doch durch bloß ins Swagging gekommen. Aber das ist voll in Ordnung. Hi, Sunny. Ich wollte ein Stück noch volle fahren, wenn ich. Hä? Das Meer geht zu viel viel früher nicht, aber auch gut. Hä? Das Meer geht zu viel viel früher, aber auch gut. Ja, ich... Ja, wann wird man nicht da kommen? Was hast du denn gesagt? Alter! Hahaha! Aua! Fett, Alter! Hey! Was machst du denn? Hey, was machst du denn? Leute! Ich hab den Punkt vergessen. Please, nein! Oh, von Philipp noch? Nein! 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 Hier ist ein Rennball, ich war für den Arsch. Das ist noch eigentlich ein Gelne-Wagen-Ränder. Du müsstest mal eine denn vorhören, also. Äh, äh... Du bist kurz. Ja. Ist er schon. Nein, mach mit deinem Rausch. Ja, warum nicht? Nö, ne? Er fährt nur einen perfekten Zentrum und hol die Scheiße, ey. Ich hab ihn aber auch schon letzte Woche gekäuft. Du werd ihn nicht vergessen. Na komm, wie bringst du den Dislike, Alter? Hallo. Was mach jetzt? Äh, ich wollte ne Liste machen. Genau. Hab ich Sunny versprochen. Ja, hast du versprochen. Leerzeichen nicht vergessen, ne? Niko, Leerzeichen zwischen der Zahl und Rausch nicht vergessen. Hallo, können wir das jetzt bitte kurz machen? Ja, können wir ihn machen. Ich glaub, ich hab jetzt bisschen Geld, sonst muss ich halt ein Auto verkaufen. Ja, hab ich gemacht. Ich hab noch nicht drin. Oh, jetzt. Ja, ist down. Oh, du kannst ja viel noch bekommen, Leonie. Ja. 560. Weißt du, ist jetzt einfach mal alles, was ich noch hatte. Oh, das ist so. Man muss klein anfangen. Ach, scheiße, klein anfangen. Und wer gewinne ich jetzt, oder ich verliere? Nein, die Platte, nein. Dann spende ich mir selber ein bisschen Geld und dann kriege ich wieder 250. Oh, oh, oh. So, ich will Liste. Alles klar. Ich bin echte Behinderung. Ich bin sowieso der, der die meisten Punkte kriegt. Ist doch egal. Weil dadurch, dass ich am tiefsten in meinem eigenen Stream bin, logischerweise. Baby, ist kommt hier. Oh, so sind wir, du bist in meiner Lobby, das ist gut. Aber wie macht man das jetzt? Ich kann es dir so ein bisschen erklären. Ähm, ich kann es dir zeigen, weil ich, ich muss sowieso Fahrzeuge glitschen. Dann komm mal her, okay? Die Nachwahl, ich kann nicht wieder so nachwahlen. So, ich bin jetzt draußen, Sunny. Komm, ist noch schlecht. Hä? Ich bin jetzt draußen. Ich bin jetzt draußen. Ich bin jetzt im freien Modus. Ich auch. Ich mach doch gerade eine Liste. Ja, sehr gut. Ich wollte es ja nur gesagt haben, dass wir uns jetzt schon draußen sind. Die Bullen haben einfach alle erwischt. Ihr wollt mich doch verarschen. Alle? Alle. Miese. Fuck Bullen, Alter. Ich mach auch noch mal raus, Alter. Ach, dann geht ja nicht. Ist alles so für mich. Ja, cool. So lange Sunny die Liste erstellt mich mal kurz bei Be White Back. Ich komm gleich weg, ich komm gleich wieder. Bis gleich. Bin eigentlich gleich fertig. Ja, dann sie zu. bis gleich wieder mal und dann zu hören. Ja, ich will hier mal eine Runde. Ich will hier mal eine Runde. Die Liste noch mal. Das ist zwar nicht. Das ist zwar nicht immer eine Runde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du wolltest ja einen Hurensohn, Alter. Nimm mich nicht bis auf, bitte. Tu doch nicht. Du könntest einfach mal alles, was rumsteht, der Kasper, der Blöde. Weil ich stehe einfach total geil, weißt du? Also, fett. Ich habe bis jetzt noch keine Einladung gehalten. Ah, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was, Alter. Da kommt was. So, mit welcher fangen wir an? Uuuh. Sattuwe? Ich, Tomi, du. Achso. Sattuwe. Und die anderen dürfen nicht mitmachen. Ach nee, die anderen sind ja gerade so beschäftigt, ne? Scheinlich, ja. Joa, scheinst so. Wie ich nur aus 60 Weißes hab, Alter. Immer im eigenen Stream, Alter. Bin ich der Herrmste. Einmal shit, Alter. Dreck. Tja. Tja, war schuld. Was gibt's auch so viel aus? Ja, man hätte auch gewinnen können, ne? Hätte. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja. Ja, herrgott. Ich bin halt trotzdem der Aktivste in meinem Stream. Von daher, ich hab das ja schnell wieder drin. Ich auch. Ja, aber ich bin halt dadurch der Aktivste, dass ich von der ersten Sekunde mehr da bin. Bis zur letzten. Immer. Ja. Schönen guten Abend. Ich geh da hin. Willkommen bei dem Stream von Felix Speed. Wie geht's Ihnen? Ja, gut, ja? Ja, verhältnismäßig gut eigentlich. Ich hab jetzt 5.970. Was? Geld? Weißes. Ach so. Nice. Hab grad wieder gewonnen. Ah, ich hab ein Kill gemacht. Ja, ich hab ein Kill gemacht. Ich hab ein Kill gemacht. Ich hab ein Kill Bauer machen. Fertig. Yeah. Ja. Ja. Sammeln wir noch ein bisschen das Kleingeld ein. Bis zumal kommt sie halt von der anderen Seite, weißt du. Oh Gott. Alter, ich krieg'n Hals, alter. Warum schieß ich überhaupt noch? Voll die Muni-Verschwendung. Ah Gott. Das Spawnjahr genau neben mir. Oh Gott. Das Spawnjahr genau neben mir. Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Was für ein Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? gewesen ja ich mache ja doch wie der wende alle sie die pügel an warum macht er das nicht auch hier macht das schon also das sind wir lassen aber beide um beide haha oder bin ich jetzt so ja ich weiß nicht ob volles leben kommt und bin tot ja letzt hat mir doch auch einfach eine so ein kopfschuss gegeben so ein lacker schwein eine frisse fragt einer lebt noch leute ihr müsst herkommen ihr müsst holen ihr müsst töten danke für ein abo michael helms wie geht's dir helmes wie genau spricht man den namen aus schön guten abend danke dass du dabei bist wie geht's dir abonnenten ich liebe es die kommen nur weil ich wieder drin bin ich dachte ich wäre drin und nicht du aber okay verkehrte welt verkehrte welt du bist in ich bin drin abonnenten das so gut so glückwunsch ich habe volles leben sobald sich irgendein tüte bin ich tot am arsch ich hab da keine lust drauf ach scheiße jetzt sind die halt überall so sind wir da guten morgen hallo ja wie geht's dir nun erwischt ihn noch mal meine güte so fertig alter war das gerade ranzig war das gerade ranzig war das gerade ranzig du ranzpickel f zu dem e zu dem e zu dem e alle x btch come on 23 22 22 huu huu haben wir überhaupt kein geld auf erstά halt das bisschen kleingeld da weißt du kampunch na ich spiege das online 4 wochen wie bekommt man in gta 5 schnell geld ja wenn man angefangen hat würde ich dir empfehlen auf deinem handy immer nachугalssuche zu gehen am besten lastруer zum beispiel wenn einer die richtigen einstellung macht verdienst du schon mal für ein spiel bis an die 100.000 oder ich weiß nicht wenn du gut rennen fahren kannst auch mal rennen aber das ist unwahrscheinlich dass du da gleich gewinnst wenn du gerade angefangen hast da gewinnst du auch mal so um die 60.000 wenn du halt ein rennen gewinnt je nachdem wie viele teilnehmen scheiße ja kein bock drauf solche leute aber ja oder raubüberfälle oder so ja dumme jeder hat seinen spielmodus ja aber nicht wenn ich jedes mal steht bin ich gesteht dahinter ja ich weiß was ich weiß was du meinst ja halt killer und kill weißt du die beiden ja ist klar das überleben weißt du oder du suchst dir halt freunde die schon ein bisschen länger gta spielen und macht halt jobs mit denen du kriegst extra ap wenn du die autos zerstörst nicht so gesagt haben also wenn du jetzt zum beispiel raketenwerfer draufwerks hast du gleich drei autos auf einmal genauso genauso ich hab's gemacht hast du ein brusttattoo alter ja geil das ist zeigen sexy weil frauen finde ich das bloß so traurig das siehst du meistens ganz weil egal wie nackt die sich machen die haben immer noch ein bh an du siehst dadurch für das tue halt immer leicht überdeckt ich traurig ja kann man machen aber ich finde es halt traurig dass es halt so überdeckt wird man hätte ja zum beispiel nippel irgendwie abkleben können oder so es gibt doch diese bhs die bloß untenrum sind weiß wissen wie ich meine ja keine träge haben und so aber geht ja auch schon nichts einführen können denn es immer noch genug bedeckt also ich verstehe nicht da haben wusste zeit nur eine genau der jetzt nicht mehr geschafft ja du mich hatte 28 alter und sowohl der tod war nicht gesehen von 23 habe ich gesehen habe ich gesehen aber ich war gerade so überrascht weil dummi tot war und trotzdem noch 28 hat das ist halt eine harte leistung und tot ist ich habe hart gesagt wir sind hier nicht bei habe es kuso weißt du alle fünf minuten kommt schwanz wird so wir können ruhig gerne mal sonst und selber zusammenbauen aber wir können uns ich habe ist cool und dauerhaft schwanz wird zu machen können wir auch nicht machen gibt es halt schon oder tobi liebt schwänze ja deswegen ja alter was geht jetzt noch gar nicht da wenn ich dafür weiter sorgen kann wird auch nie ankommen oder wieder ab weißt du scheiße voll daneben und auch noch komm komm du auch noch buch das war geil das hat mir gefallen komm du auch noch buch alter diese waffe ist so nice ich liebe die einfach einfach alles wegschleudern anstatt einfach nur killen irgendwo ist da noch einer wer von uns ist eigentlich tot ich sehe nur drei punkte da kommt noch ein auto da kommt noch ein auto das war spaß mit den wappen alter schwede die waffe ist schon ok 15 ich kann keine kills machen weißt du aber was soll sich scheiß einfach mal auf kill ist doch egal es gibt wichtigeres im leben ja 30.000 kriegt man zum schluss wenn man es geschafft hat oh mann ey ja scheiße gut dass die shotgun ausgewechselt hat hier haben wir in der regisborne hä wo ist er denn hä digga wo ist er digga wo ist er digga wo ist er das heißt er kommt gut kugeln in den arsch du willst du in den arsch in den arsch und sobald sich jetzt endlich mal oh gott im himmel oh gott im himmel oh gott im himmel oh gott im himmel oh gott in meinem himmel oder kommt nie hier geht es auch noch raus boah oh gott im himmel oh gott im himmel fuck mann fuck leck mich doch somit die letzte instanz das sind camperschweine ohne ende alter haben wir alles noch nicht geschafft achte ich ja cool ja wie die schreien einfach mal nur ja was sie auch mal schreien alter aber wie gesagt also ich glaube wir haben irgendwann keine synchron sprecher mehr gehabt weil da gibt es ein paar die haben die treffer sony wirst du still was los 65 alter hat auch genug also man gerade werfer vielleicht denn um die ecke schießen also nicht nach vorne gehen sondern so in die ecke schießen meine frisse diese campaign haben wir twitch jetzt wird was ich verstehe jetzt gar nicht egal panzer um die geht voll rein alter hat diese panzer um die geht voll rein alles da kriegst gleich steifeln ergebnis ich habe gewonnen hier raus habe ich gewonnen gestorben heute ja was los ja ich bin nicht mehr gestorben gott was dumm nein leute kurz meine hirn gucken bitte beim stream bitte bitte macht den einfach aus kurz oh nein scheiße was dumm war das einfach dumm ach Gott nee ich hab Zeit ja man also ich hab den stream an also ich hab sehr lange gesehen das ist einfach dumm gewesen das ist mir aber auch schon so oft passiert jetzt im Fortnite passiert wie sowas ach Gott das war einfach das ist nicht zu fassen das ist mir letztens aber auch aufgefallen ich hab's jetzt erst gelaufen ups haben wir mal einen voll dramatischen Filter hinter gab's nicht so einen schwarz weiß Filter ich verliere einfach wieder alles Alter das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr ja ach das war jetzt nicht so toll wollen wir noch mal so ein bisschen machen das ist eine Spielliste also es geht weiter ja oh my god oh my god die gibt's ja auch noch alter am rummelplatz hab ich überhaupt nicht dran gedacht dass die auch noch gibt die ist hart die ist richtig hart mach an da das genau dasselbe wie ihm gerade auch bloß halt auf dem rummel das ist richtig mies oder scheiß das ist richtig kacke ja vier stunden erreicht leute danke für alle die bis jetzt noch dabei sind und danke für alle die überhaupt dabei waren also muss man auch mal gesagt haben kein problem man muss sich auch mal bedanken kann man muss auch mal danke sagen können sowas als ich eins mal einer wie kann man sich nicht verstecken wie kann man sich nicht verstecken ne na gut hier gibt es hier gibt es so eine art wohl glitt steckt drin kann man sie verstecken aber ansonsten ist ja nicht viel zu verstecken gibt sich zwischen reichen weil glücklich ist halt nur semi gut weil die dichter darin trotzdem noch erwischen können außerdem kriegst du damit die links nicht den helikopter so jetzt ist rauskommen jetzt habe ich es gesagt und man den letzten spinner oder was sollte nur eine war nicht chill 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 ich war ne lege schul schimmel deine wagen bitte was ich bin dumm ich hab dir gesagt ich habe es schon die ganze Zeit in Klappe jawohl alles klar da muss ich aber ganz groß überall zu zusehen du hast nicht du hast nicht du hast nicht du das nicht du hast nicht Du könntest jemanden ein Auge ausschießen. Oder zwei. Schiss, Gott. Hinter dir. Ich weiß. Ich schieße einfach, ne? Ja. Ich kann nicht mal richtig gekillt machen. Hä? Was ist denn los hier? Felix hat sich Aua gemacht. Dankeschön. Geht. Stimmt, ja gut. Okay, danke Mama. Kann ich auch. Schuldig. Ich hab am meisten gepustet. Ja Mama. Danke Mama. Schön, dass. Schön, dass jetzt euer Porto kommt. Ich verstehe, dass du mir echt falsch bist. Also das muss das Fernsehen aber. Ja, sie hat gepustet gesagt. Ja, ja. Das kann man auch ein bisschen falsch aussehen. Weißt du? Ich blase nicht. Ich blase nicht. Ich puste nur. Gott, bin ich bescheuert, Alter. Er steht halt direkt vor mir. Oh Gott, Alter. Mit einer Shotgun, Alter. Das ist doch alles nicht wahr, ey. Wenn es für Dummheit Preise geben würde, wäre ich. Preishalter Nummer eins, Alter. Ich hätte meine Vitrine damit voll. Echt. Oh Mann, ey. Ich weiß mittlerweile, woher sie kommen, also. Geht's kurz herfen, Pisse. Nee, sorry, ich bin raus. Alles klar. Man hört sich. Sieh durch, du Mie. Ciao, ciao. Da waren es nur noch fünf. Fünf? Wieso fünf? Oh. Oh. Die haben uns doch immer noch gestummt. Die haben mich gestummt. Was für eine Frechheit. Oh. Boah. Boah, Alter. Glückwunsch. Ja, richtiges Schwein. Kapper. Oh. Irgendwie will ich nicht lang dauern. Irgendwie nicht zu lang, weil ich gehe die ganze Zeit, aber welche abschließen. Keine Ahnung. Äh, welches ist das jetzt? Das ist jetzt... Fabrik in der... Oh, Fabrik im Nirgendwo ist auch krank. Aber ich weiß, wo ich mich verstecke. Ja. Geht das auch zu zweit? Hab ich jetzt nicht drauf geahnt. Das geht, das geht auch alleine. Ja. Bei... Überlebenskämpfe kannst du auch komplett alleine machen. Zu zweit. Zu viert. Du will ich nicht rausgehen, weil... Äh, geht ja mit ein bisschen langweilig. Ja, also... Ja, gut. Wenn du keine Lust mehr hast, ich mache mit Sonja alleine weiter. Also, ich könnte auch noch eine Paketlein. Also, ich bin dann noch ein bisschen vorne oder so. Boah. Und schon, ob es... Da geht ja mit einem bisschen langweilig. Schon langweilig, weil ich immer kein Geld habe, aber auch keiner hat, dass ich mich so machen. Ich habe eine Mission gemacht, die hat fast drei Stunden gedauert. Du hast nicht bekommen mit 12.000. Mhm. Und trefft unten. Dann zockst du irgendwie die falschen Modis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man richtig gut verdienen kann. Ich habe ja schon fast alles, der Büro, alles. Wie gesagt, also, ich habe mir halt auf Last in Standing eingefuckt, weil mit den richtigen Einstellungen kannst du da bis zu 100.000 pro Spiel verdienen. Äh... Es geht mir aber nicht ums Geld, es geht mir ja um den Spiel Spaß und ich finde Last in Standing einfach geil. Okay. Das ist halt meine Meinung. Das hat meine Meinung. Nächstes Mal wünsche ich mir ein bisschen Tageslicht, Sanni, weil es ist echt dunkel. Na, muss aber auch machen. Äh... 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 nicht dein erz jetzt was geht mit so mit kapitel genannt bin gar nicht hier wo all der richtig hart stört doch einfach Pfff 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 La-di-da, la-di-da, la-di-da Was ist denn der Rattenpenis? Hä? Sehn halt nicht, wusste Ach ja Elf hole, kannst du mir mal was neues einfallen lassen Komm du doch her Endlich Ja, wenn der sich die ganze Zeit auf einen Fleck stellt und einfach nur Elf hole ruft, ganz ehrlich Pussy Pussy Arapö Pussy Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht Dort du sitzt am Busch Ich sitz nicht am Busch Ich sitze am Busch Ander Mauer Ich bin Ander Mauer nicht im Busch Ein Busch Und Busche sind hier Und Busche sind hier Ich sitze am Busch Fuck mal BAM 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 Woll ich grad machen Oh sorry Du 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 Sonny? Ja? Ich brauche mein Weißes zu klauen. Warum? Das ist mein Weißes. Deswegen habe ich ja zu wenig. Schlimm. Gott, wir sehen noch an. Ich brauche mein Weißes. 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 Hast du mir Schwer Betsy genannt? Ähm. Felix? Ja? Wie lange du bleibst du online? Weiß ich nicht. Da ist nicht ein anderer Stream. Ich komm sofort wieder in der Party rein. Jo. Alles gleich. Die geilste Merch in der Welt, Jungs! Yeah! Die geilste Merch in der Welt, Jungs! Ich wollte den auch machen. Du machst doch eh mehr Kills, was willst du denn? Nein, tut. Nein. Ach. Das tust du mir jetzt nicht an. Ich bitte. Wo kommst du denn jetzt her? So. Hi. Na komm. Geh doch. Oh, ich muss das endlich mal ein Action machen. Ich habe jetzt 1160... Ich muss mal unbedingt... Ich muss mal unbedingt... Schau mal, Alter. Wo ist das hier, Alter? Okay, jetzt tut die Police nicht vor. Nein. Ich glaube, ich auch. Hol das wieder raus. Ey, wer hat gesagt, dass er gerne Last Missending Spiel? Ich. Ich. Ey, du, kennst du das woanders versus D20? Äh, ja. Ja. Von wo hat man da Waffen? Also richtige, ordentliche Waffen. Wenn man da Waffen kriegt? Ja, da hat jemand so viele Waffen. Der hat diese... diese Waffe da. Also der Fahrwasser. Keine Ahnung. Kommt darauf an, wie man das in den Einstellungen macht. Aber es kann auch ab und zu passieren, dass da ein Bug passiert und dann kriegt einer zum Anfang Waffen. Oh, Digga, ist so eklig. Ja, das ist richtig fies. Der schießt die ganze Zeit nicht mit dieser... Keine Ahnung. Das ist so eine Pistole, die kriegt dich die ganze Zeit weg. Oh, die nächste Runde geht los und ihr habt noch nichts gemacht, Alter. Scheiße. Come on, go, go. Sani, ich glaub, dieses Mal musst du alles alleine machen. Warum? Weil ich nichts gesammelt habe und äh, ja, ich war kurz abgelenkt und die Runde angefangen hat. Ich hab nur Leben gesammelt, Alter. Ich hab keine Panzerung. gut dann jetzt gott nein was kann es sein da kommt schon wieder ein transporter krank keine Waffe Waffen dann sitzt ich nicht mal im Auto er schießt auf den Waffen Oh Gott, das ist bastardisch hier Ey, ihr redet, geht nur Flo-Bolf Och Mann Aber ich habe sie doch alle erwischt Fuck off Okay, mal gucken, ob jetzt endlich die Gegend kommen, die ich kann Ist ja mal nice So langsam Wieso? Na, weil es eine gibt, da schau ich eigentlich fast immer Runde 10 Eigentlich Nein, das ist nicht Scheiße Das ist so unlockig, er hat einfach was, Mann Nee, ich guckte So unlockig ist, okay Ich will da sein Waffen Ich will da sein Waffen Ich will hier kein Waffen so sind hier leute und autos was los überlebenskampf wird verlassen nein bitte eben nicht so ein haben wir und eine Welt mit Schild einfach hinten durch die Schicht mit Waffenung ich hoffe die Systeme er guckt sich mit Waffenung nicht aber der ganze mein teammate hat jetzt auch Waffen ja wenn er ganz hinten ankommt ganz hin auf die Plattform liegen Waffen bereit nein diese Pistole da diese komische Geschosse wegschießt dass man wegfliegt ich weiß nicht wie heißt das Teil man Clarefody eingefügt ins Spiel nein ich hab die Drogen jetzt hab ja elf hab ja mehr als du Glückwunsch etwas traurig man guck ich bin der einzige der noch lebt weil die alle wegschießen runterschießen ab und automatisierer heißt die Waffe ja ja genau die eines meiner Team hat die und eines legerischen Team Gott bin blöd zack 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 schau ich habe ihn nicht bekommen lol einer hat es geschafft mit dem auto zu dem bussen bekommen ja geht es wird schwierig ich hab den letzten erzählsmob begangen jetzt schon eine waffe und dann kann ich mir damit umgehen wasser entführt jetzt habe ich mich jetzt ja freudig jubel ein bisschen nostalgie in den streamring weißt du wenn uns die b jubel auf freu jubel auf freu ich hab pummelo verstanden jubel auf freu wenn uns die sagt das immer der dicke der dicke hund ich glaube das ist die meinte hey danke fürs abo kommt zurück ja kein problem game army meine güte ich war gerade ein bisschen abgelenkt sorry wie geht es hier streamst du ist immer noch natürlich man verreckt doch einfach er hat mich blockiert liebe diesen sound danke dafür ich liebe diesen sound ich liebe ihn einfach boom bitch get out of my way get out of my way bitch get out of my way sonst geht es hier gut ja blendend außer sehr kälte bin blendend und hier so darf ich nicht jorge soll ja schon lesen mir erst noch nicht gesagt ihr habt die branche Was ist denn jetzt? Von wo? Von wo? Traurig, Mann. Boah, hab ich die dp-Munde gekonnt. Sunny 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 Das ist der der mich gekillt hat, pass auf. Yeah! Ja, und das obwohl ich tot war. Ja, Mann, wie ein Keks. Wie ein Kolander-Keks. Bergauf, bergab. Kolander-Keks. Jetzt wird's hier am Motorrad, alter. Passt zu meinem Outfit. Ja, die Sunny fährt auf dem Spielplatz Motorrad. Das ist der Schweine-Kruppel. Woh. Wo. Oh Gott, helly 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 helly. und boom was ein helikopter runtergeholt wollte nur erwähnt haben die sind dann richtig am swaggen gerade die idioten alter warum schießt er denn auf mich da steht auch gar keiner danke für die blumen was er denn alter grabe smittchen glückwund thank you ich denke jetzt kommen sie von der anderen seite alter das wäre so asozial gewesen ja ja ach komm schon da da Gott. Nein. Hör mal auf. Der hampelt halt genau vor mir rum, Alter. Und meine Figur will nicht haben wir sehen, oder was? Willst du mich verarschen, jetzt? G-Stirb. Mixer. Nee, jemand hat wieder diese Pistole durchfickt, bei der jemand. Gott. Wir sind zu sehen, eigentlich. Die Ohren da unten. Gott, nein. Ach, komm. Ach, leck mich doch. Was? Guck mal, weiß. Weiß? Alter, du. So asozial, ne? Boah, Alter. Die halt als nächstes. Die halt als nächstes. hier. auch schon wiederholen hat das schön aber scheiße auf jetzt kämpfen wir mal ohne Vielen Dank. Oh, was geht denn jetzt, Alter? Telefon. Telefon. Wir können uns alle nicht bewegen. Ah, jetzt? Oh. Oh. Kann passieren, kann passieren. Oh, was geht denn? Oh, was geht denn? Oh, was geht denn? Let's go, motherfucker! Stupid fucking heck! Ah, ah! 16. 10. Gib dem nix, das Kumpel. Moin. Schönen guten Abend. Moin. Moin. Dann krank. Scheiß seid ihr krank oder warum seid ihr noch online? Ja, ich bin krank. Ja. Ich bin krank. Ich bin krank. Alles sich nicht. Ich bin krank. Alles sich nicht. Ich bin krank. Mauer und verkauft die Uhr die Städte die Künstler war aufgrund der Abpass auf was auch wir wurden von der Firma die Mühle abgezogen von dem was gestern verkauft hat hat er veröffentlicht das war ein paar Millionen Euro ja wohl auch noch ich habe es dann auch noch ich habe auch noch 8 Millionen Euro 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 Redet diese Game of Love? Game of Love? Ja, der redet bei mir Keiner, der Peach hat nicht gestimmt Ah, hat er gemacht, ja Kein Like für Moin Ey, Philipp! Ne, nicht Philipp, Blo! Geh mal, Blo! Na, Lo, jetzt hat mich auch gestimmt, glaub ich Ja, Moin! Ja, die Partie verlassen Oh, ja Ey, meine PSV gibt sie dir nicht raus, ich kenne das aus Soll ich das? Ja, ich kenne das Problem Ja, egal Was macht sie? Oh, ach, das schlägt der nicht raus Sie gibt es nicht raus, ich schwör Ich will GTA reinmachen, es geht nicht Oh, das schlägt der nicht raus Ja, egal Ich schläg dir rechts drauf, das ist mir doch egal Kommt mir fest, glaube ich Ja? Ja Wie hast du in diese 5 Millionen Äh Wofür aufgedeckt machen? Ich hab zuhause in Deutschland Da ist schon sehr welche rein, da habe ich es nicht Ähm, Cocaillabor, Meflabor Wegen Discs Großartig Großartig Und sonst Waffenschmuggel Also das sind meine Haupteinnahmequellen, wenn ich mal nicht glitche Um Geld zu machen Obwohl zur Zeit zocke ich eigentlich nur nochmal Ja Ja, Last in Standing habe ich halt großartig immer auch mal gespielt Hast du auch schonmal kennst du ein paar gute Glitches Eigentlich auch für leichte Nö, also Glitchen tue ich gar nicht mehr Muss ich sagen Bringt mir halt nix mehr Glitchen bringt mir halt nix mehr Ja, ich weiß halt wie ich so Geld machen kann Und seitdem gletsch ich auch nicht mehr Okay Du hast mich mit Guck mal Chat Guck mal Chat Ja, ich hab null Weißes Also nur am leichtesten schauen, dass du Kokain oder Meflabor bekommst Also Kokain und Meflabor Kokain und Meflabor Ja, auf jeden Fall Und dann einfach voll machen die Dinger und wegfahren Am besten in der eigenen Lobby Und wenn du zum Beispiel einen Transport oder sowas hast Das schaffst du nie und nimmer So oder Postkutsche oder so ne Scheiße Schaffst du auch nie und nimmer Dann einfach Sitzung wechseln Dann kriegst du Dann verlierst du nix Aber kannst halt den Job nochmal Also die Ausführung nochmal neu starten Und dann kommt wahrscheinlich was anderes Und dann kannst du es auch alleine machen Falls du gerade keine Freunde dabei hast oder so Was? Okay Nein, mach jetzt zum Beispiel Jetzt kommt mit Geldproduktion für 100 15.000 Ja, hab ich gesehen 8760 Ja Alter Schwede, da musst du die Küche aber auch kochen Alter, damit du so viel kriegst Alter Schwede Ja Level 1 Level 1 Ja Ich geh jetzt verkauft Dann mach ich kurz noch meine Ähm Meinst du mich gerade? Also ich hab die ähm Meinst du mich gerade? Womit? Was? Ne Pussy? Nein Quatsch Ähm, Hanf in Deutschland Achso Ja, aber Hanf bringt dir halt nix ein Ich hab die halt bloß Einmal wegen dem Nachtclub und zweitens weil es am geilsten aussieht Aber ansonsten hätte ich die gar nicht Du brauchst Hanfler das wegen dem Nachtclub Ach komm Ja, weil die halt alles sammeln und das macht die ganze Sache halt um einiges einfacher Die musst du halt bloß äh einmal auffüllen Und wenn dann Solange du nicht wieder Motorradclub reingehst Sammelt der Nachtclub halt immer weiter Und der Und die Fabriken, also die Labore gehen dir selber aber nicht mal auf den Sack Du darfst halt bloß nicht ähm Reingehen Also nicht mehr in den Motorradclub reingehen Sonst gehen die dir halt weiter auf den Sack Wir machen den jetzt automatisch Der Nachtclub sammelt automatisch Ich hab schon meine PS4 die rattert jetzt ne Vielleicht hast du Die Discop draus Vielleicht hast du einen Lüfter rausgeboxt Das hab ich auch schon Ja ich hab ich Das geht schon länger so Also die Erst fängt die an zu Brummen Pass auf Komm mal guck mal guck mal was das hört Hör mal Ich weiß nicht ob du gehört hast Ja Dann wird die irgendwann nach einer Zeit wieder rein Also Also es ist am besten wenn ich mit Geldbecherei und Nahauslandausch jetzt verkaufe Und das wäre dann zur Dingswohl Ja Ähm Ich muss aber dazu sagen Ähm Jetzt wieder zu dem anderen Du hast ein echt geiles Mikro Und Ohne Scheiß Die Hintergrund Unterdrückung ist extremst geil Weil ich hör die Pläsi so gar nicht Warte 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 Nochmal ist das grad auf Spielchat geschalten Warte mal erzähl mal Also dein Mikro ist extrem geil und die Hintergrund Unterdrückung ist extremst nice Also ich hör gar nichts von der Pläsi jetzt gerade Also der Hintergrund auch überhaupt nicht zu hören 60 Euro Ohne Scheiß Dafür ist das ein nices Dafür ist das ein nices Und die Geräusche kommen überhaupt nicht rüber Das ist einfach Das ist wie Fast wie mein Mikro und ich benutze ein Studiomikrofon Ich hab einfach so keine Ahnung Du kannst halt so extra Bassen reinstellen Das ist halt USB Das ist halt nicht mehr Klinker USB Ja USB Das ist halt so ein Sound Warte muss ich mal gucken hier Ich kann ja den Ich hab mir jedenfalls mal einer erzählt ausgesehen Also wenn mein Kumpel hatte ich Ja das google ich mir nachher mal Ach komm Oh mein Gott Schon mehr gekillt ey Lichtkanal genau Lichtkanal 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 Äh Felix Ja was los Was brauchst du jetzt noch alles für die Dings Für die heißt Äh Also ich spiel die persönlich nicht Ich mach das halt bloß wenn jemand ähm Geld braucht Da hast du noch alles brauchst Die heißt ja nicht ne Ja äh Halt Weiß nicht Ich glaub Zwei drei Jobs Oder alle Jobs Ich weiß das gar nicht genau Wie gesagt Ich spiel die halt nicht so oft Ja mal gucken was ich morgen mache Ich weiß das noch nicht so genau Ich bin da eher spontan Also ich mach irgendwie gerade momentan gar keine Jobs mehr Ich komm halt am Abend halt an Ja kann ja auch sein dass ich dann wieder was anderes ähm zocke Ich weiß noch nicht Ich bin da eher spontan unterwegs Kann auch sagen Kann ja sein dass die ins Kino fahr oder so Wer weiß Ähm PUBG Fortnite Ähm Arc Was zocke ich noch Battlefield 5 Hast du MWR? Also ich Also ich stock Äh warte Ich stock GTA Fortnite Minecraft Minecraft Äh PS Plus Glaub ich PS Plus Apex Legends Oder Apex Dream Royale Und Destiny 2 Seid ihr hüftig in Fortnite? Ne Überhaupt nicht Aber Fortnite ist eigentlich nicht so mein Game Aber ich zocke es halt trotzdem Äh hier äh Philipp Philipp ist richtig krank in Fortnite Ja das ist ja das war auch ein halbes Leben ich schlur Ich werde jetzt mal bei Warloby reinhauen Mhm Ich kann aber meins Ich kann beitreten Sunny du bist krank Ich mach krank job also Wieso? 11.180 Alter was ist da los mit dir? Wer kann der kann? Was denn? Was 11.000 Was? Ähm Chat Spiel Hä? Mal Stream Chat Hä? Was meinst? Stream Chat Äh Äh F F 1080 Alter Wie doll sie ist Zack Geil ne? Geil Deswegen stirbst du dauernd Ah Hallo Hi Du auch hier? Ja Ich bin auch gleich da Nein Der Spüler erlegnet derzeit eigentlich auch weist mach es den Job ja Mh 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 Ja Böh Da muss ich jetzt gucken Na ja kann ich gehen müssen zurückelernen hier Na klettere mich die Maul Sei so nett Dankeschön Ich war schon 6 Stunden am Hustlen und Machen, das geht gar nicht. 4 Stunden 50 am Stream. Vor allem dann steht einfach so... Meuchelst du da, der heute ist nie. Dann meine Freunde vor der Tür. Kein Bock. Die hat so tot sein. Ach so. Das wird nicht so schlagen. Jetzt kannst du zugucken. Get back to the zone. Ja, jetzt kannst du im Version streamen. Nur warten bis dahin, der stirbt da unten. Was sagt die da? Überlebenskämpfe durch. Was müssen wir machen? Ja halt... Hast du noch nie einen Überlebenskampf gespielt? Nein, ich zocker jetzt nicht. NPCs killen. Ohne Ende. Was bringt das? 30.000, wenn man es schafft bis zum Ende. Ist mehr just for fun als alles andere. Ja, aber das war damals halt eine riesengeldquelle. Ganz zum Anfang, wo GTA noch neu war? Ne, ich... Ich... Ich kenne nur die PNG Money Jobs. Weißt du, wo du pro NPC kill 10.000 kriegst oder so. Die 10.000 haben lassen. Okay. Kennen die nicht? Ne, das ist hart. Aber... Das war richtig krank. Das war damals vor knapp einem halben, dreiviertel Jahr. Da gab's PNG Money Jobs. Da sind... Da gibt es so ein Kumpel reingegangen. Da sind so NPCs, so Eldians oder so, in einem Hangar gespawnt. Und wenn du die abgeknallt hast, du kamen dann immer auf den Zugrand und dich irgendwie killen. Und wenn die abgeknallt hast, dann haben die 10.000 fallen gelassen. Das ging am laufenden Band. Da hast du so immer halt von ein paar... von 10 Minuten hast du ein paar Mülle. Okay. Das war richtig. Das war richtig. Jetzt gerade momentan gab's den hier im Hangar, wo du rumgelaufen bist. Ich weiß nicht, wie du ihn jetzt bekommen hast. Ne, ich habe in letzter Zeit nicht viel GTA gezockt. Ich bin jetzt wieder dabei. Ja, weil... Weil da kam... Da haben die verschiedensten YouTuber hochgeladen. Und dann war's geheilt in der Garage. Ich muss das letzte anrufen. Und während du hier so Flugzeug hinten drückst, musst du mir ein Glas geben. Den habe ich mitgekriegt, ja. Wir sind einfach zu einem gefahren. Puh. Ja, da muss ich mal gefahren. Was musst du zu machen? Was? Was? Was ist denn nicht? Was soll ich denn jetzt? Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ich bin bei einem Schmuck getritten. Ich bin bei mir nicht. Ich bin aus. Ja, ja, ja. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Ja, ja, ja. gegen uns zu machen uns anfangs an der reichert sich über die war vorab wieder und Prozent bis zu bequem und zufrieden so kommt es an ich war immer noch zu lassen ob es zu genau hinter mir die die doch sehr gut warte ich kann mit ja nicht runterkicken ne ne, ich bin mit nicht gell, ok ah, da kommt einer, da kommt einer, warte auf warte auf, warte auf, warte auf nein, 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 du warte ja, ich fick ihn, ich fick ihn, ich hab ihn runtergekickt das weg, ich hab dich gerecht ja, ich bin mit dem Flugzeug so dass es dem es gibt ich hab eine Minute Zeit bis ich sterbe hier unten das bekomme ich eins das mache ich, das mache ich mit leichten, bis hin ich kann dich nicht ficken, mit leichten solle ja, fange halt zu brennen, ne oh, ich rufe ich rufe Pickersons schon hey, da kommt ein LKW, nein, doch nicht der Stattdruck ever ist hoch geworden, ach, doch, wie der Runde gezogen ist Pickersons, geht nicht ran ich kann nicht in meiner eigenen Auto holen, ne ne Schau, Schau. Ah, ich komm nicht mit dem Vorn. Scheiße, tot. Mähli? Schau, Mähli? Na, nur noch. Schau, mein. Ist doch kein Leben mehr. Zwölftausend, Simon. Du, angebe. Alter, kannst du auch mal auffallern? Ist dann los mit dir? Du hast gesagt, ich soll bürfeln? Na, ich hab mich bürfelt. Bist du tot? Gar nie? Alter... Hm? Bist du tot? Nein. Ski. Du bist der einzige aus Team Rot. Nein, bin ich nicht. Nur zwei andere, oder? Nee, du bist das einzige aus Team Rot. Hardcore. Ich glaub, laber dich. Mein Team ist noch vier Stück. Was spielte da Arena War, oder was? Mein Team ist noch vier Stück gegangen. Ich muss wissen, ich bin nicht schlecht, dass meine zweite kommt. Lebst du? Lebst du noch? Naja, ich lebe noch. Ah, die fangen die alle hinterher, Mann. Können Sie machen. Kriegen Sie mich nicht. Das ist noch vier Stück bei mir. Ja, genau, fick dich aber gegenseitig abends. Ist so, die sind die gleichen Team. Die gleichen Team sind die. Geben sich selber runter. Nein, fick deine Mama, Alter, Digga. Das bist du, Flunden und Legloch without a tem 개. Ja, ach, auch ein richtiger. Du bist die drin. Dementsprechend! So, es geht nенно. Da, und die wird siete ... So. Es geht ? Mach auf, du, ich mochte, wasitel Gottes aushaft. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein nicht kumpulter. Ich bin aber, warum kannst du die Neuerte Kelvin? Hausauf wir sind Team Blower, aber er fährt mit dem roten Bus hoch. Ja, Hohenson, das war Taktik von ihm. Taktik, die da oben kicken, das hieß Gegenseitig. Ich fahre mit dem brachialen Bussen rum und fühle mich echt krank. Ich guck den Level 7 Monate zu fahren. Hä, wie sind wir ein Verlierer? Hm, 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 hm. Ich stelle ein. Du bist alleine da. Hm, 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 hm. Ich mach dir alle fast mehr zu vier, fünf Stück. Ja, der kann ja. Ich mach die alle kaputt. Ich mach dir alle kaputt. Na, Mann, das ist so. Ich mach dir, ich zerbast wie richtig. Was denkst du du alles bist, talk ober? Musst du große Van nehmen? Muss nicht. Der Monster Truck ist scheiße, denn den darfst du nicht nehmen, der überschlägt Kinniker. Also entweder der große Van oder der so ein Krill in das Auto, weißt du? Der Marshall ist scheiße. Ich kenne jetzt auch so große Van. Nee, ich nehme dieses. Ich kicke meinen Teammate runter. Ich habe meinen Teammate runtergekickt. Ich habe meinen Teammate runtergekickt. Ja, ja, Bruder, komm her, komm rüber hier. Nee. Wo bist du überhaupt? Hier kommt, verbiss dich alle, ey, komm Lan, komm ich schub ihn runter. Ich kicke ihn. Komm, ich kicke deine Mama. Ach, scheiße, Toto, schaffst das schon. Schwarze macht mal bei mir, ey. Kommt der noch ein Monster Truck, ich kicke ihn easy. Wo bist du denn? Ja genau, fahr runter. Soll ich ihr das sehen? Ja, wir sind bei irgendeiner Plattform. Ey, der ist so ein richtiger Wichs, aber ich bin tot, Digga. Ja, was ist das denn? Ehrlich? So eine Missgestalt. Ist das hart beharrt. Fahr einfach die ganze Zeit rum. Nee, ich bin tot, ich bin aufgestiegen. Okay, warum nicht fahren? Das ist der andere Missgestalt, der Typ. Yo, ich werde 3000 Meter weggekickt, Digga. Der bekommt mich nicht mal. Gott, wo kommt der denn her? Scheiße. Ich bin, glaube ich, der Einziger aus meinem Team. Ich weiß nicht, was da oben abgeht. Ich lass sie in Ruhe fighten, Mann. Oh, den Truck. Ich kann den Truck halt nicht wegkicken, Mann. Non-Pack. Sì, Ficht, die sind. Du bist ein eigenes Team-Mate runter. Ey, wie guckst du denn zu? Ey, wie guckst du denn nur zu? Ich bin nur zu. Wem guckst du denn nur zu? Oh mein Gott. Er ist fast weggekickt. Ey, diese Truck sind brutal, ey. ja, geht so so doll lande Mais, fahr weg Boah, Digga, komm, fick ihn Ja, genau, fick ihn Monster Truck hat auch drunter durch Weg mit Team Bei Monster Truck musst du unten drunter durch sein Bei Monster Truck musst du unten drunter durch sein Bei Monster Truck musst du unten drunter durch Vertrau mir, kannst du unterreden durch sein Mit deinem Auto Nee, ist noch jemand, oder? Für eine Sekunde dachte ich, du bist nicht mehr da Nee, diesen unten, diesen unten, diesen unten Wie würde er? Ich dachte, für eine Sekunde, du bist nicht mehr da Weil die ganze Zeit erst stehen geblieben müssen 101, ja, let's go, Ficky Tiki-Tiki-Tiki Holt, Holt Holt, Holt Holt, Holt, Holt Holt, 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 Holt Holt Komm nächstes Mal mit zu mir Dann kommen sie sowieso alle hergelaufen Guck, wo irgendwo Truck ist Rotzen wir die weg Naja, Digga, da kick mich weg Nein, nein, hol die Truck, Digga, schnell Naja, da kick mich weg Der, 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 der ist Die Schwer wir, da, der, der der, der, der Meist 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 Dicker Philipp Er redet mich mal mit mir, spür Mikro aus Gott, mein Müll Oh, wo kommen die denn her? Oh, scheiße Dupid, warum bist du nicht mehr drin? Hey Philipp, ich bin noch drin, man was mir schon gezeigt Ach, komm, Alter Soll dich da rauskick, Digga? Nee, soll ich nicht drin Ich bin schon nice 2 in ein Auto Ja, der kommt mir rüber 4 Punkte mehr Doch bei Blau, komm rüber, will ich schrägern Ja, aber eigentlich, dass die Map gewesen ist sonst immer geschafft hat, das nervt mich gerade an Sog ist es, ich nehme wieder mein Wagen hier Ach, das war die? Den kurzen Plan Die anderen sind halt verhältnismäßig schwieriger Ich nehme auch schon einen mit Andere drunter Hey, mein Teammate kickt mich runter Was ist das für einer? So, let's go Nicht ohne Ich guck euch zu, wie ihr seitet Ich guck euch zu, wie ihr seitet Welche Farbe bist du? Ich bin Blau, Digga Andy Klo Wir könnenحد'st Ich verpъ 다들 nicht, dissipiere ich hab keine. Komm sie своей nennen Wir sollen mehrere Ich bin Cup Transport Ich bin Haupt камero Wir haben Frau Pap Zi wenn ich weh?" prestige und praktisch Oh Gott ich glaube ich weiß nicht wie du da du sagst ist sie uhr Oh Gott, man ist ehrlich, sie müssen sie du somit um schluss Die bei Inter vanish hey, bei Deutschland So AME guck mal mal hinter dir ist sie wohl die rote nein ein gelber hat mich gerade gewandt ich lasse ich da war ja ein roter hat mich runtergekriegt das so viel nein ich explodiere ich explodiere ich verstecke mich einfach ich verstecke mich ich bin oben hinter dem hinter dem hinter dem monstwerk bin ich sehr nice dennis wieso dennis ich bin hier bei dieser ich bin ich bin so weit weg ich bin mal ein nachtflug du hast Autobahn bei dem Wasser nicht auf der Autobahn bei der Autobahn das ist der komisch kommt meine Rieger ich bin mir in der Arena das ist immer zweifelig von mir was war ich war ja weiß keine Ahnung du musst uns nicht sitzen bist du immer alleine ja nein als ich mich vertreten und erstmals 9 die Klinik die Klinik doch noch die muss sein so städtischen und das ist in Deutschland die Gäste zu zweit an jetzt sind schon vor Ort 10.000 xp die Grönsmarter Wunderbarkeit Scheiße und da kommen alte ich mache das und holen mir das hat er nicht gefahren Kumpel 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 Schatz sogar Kiel Lass mal rausgehen Was sollen wir machen? was der Modus immer freier Modus und freier Modus ich kann nicht mal drücken und ich will das heute machen der Kopf hat mit dem Punkt und Kursi Tourist hat jemand von euch Akte 2? ich kann es verkaufen ich brauch Mann lass mal rausgehen ich hab keinen Bock mehr auf sowas erstmal wo mir was schwarz macht bringt nichts hin Kursi Tourist der 2190 was hat er für eine KB er verlassen höchste KB 2 höchste KB 2 ich hab 2,09 von Level 141 äh 114 ja Zahlen ist auf dem Fall nicht so bei dir ne schon ne geht doch ja ne bitte 3 krank mit dem Cut ja witz ich kaufe jetzt auch schnell mit dem ich er muss er kommt er kann sich mit er kommt K K K Oh, warum startet der Peach denn mit? was geht was du da um die ganze zeit macht alles muss man sich alleine machen ja wenn ich mir kühlt habe als du oder was hast du ja zusammengeschüttet schocken ja nicht klar wie du das sein kaum amal der du warst da ein kind alter oder kämpft das ist um ein Jahr die Euro drei stücken Und dann werde ich auch raus. Echt? Warum? Warum nicht? Kannst du doch nicht machen. Toch. Wer fährt gewollt, ich tankte schon wieder sein Headset. Ich spreche mal so geil wieder. Geil. Rein, Idioter. 5 Stunden 12, Alter. Meine Fresse. Schade, dass du mich weg bist, Alter. Schade, dass du mich weg bist. ... 16.300... Ja, ich weiß... ...yxtrottel Liedergannister Porto weit treten. Oh ja, ich hab's ja. Alter, Alter. Ja, mein eigener Team, ich kicken ihn wieder weg. Hey, sind die dummen Kopf, oder so? Ich frage mich, sind die dafür nur behindert im Kopf, oder? Traurig, man. Weil mich dann gerade da ist wie Verderber. Wenn du nicht Luftverververstößer- Ich werde sowas kann man nicht spielen oder war das so gesetzt. So, beenden. Ey, verkauf nur mit mir Autos. Ey, verkauf nur mit mir Autos. Was ist das? Verkauf nur mit mir Autos. Wieso verkauf nur mit mir Autos? Ja, wie verkaufst du meine Autos? Nee, nicht verkaufen. Weil die, wenn die verkaufst, die hat nicht gestanden. Nein, nicht die. Nicht so. Input, Export. Achso, ja, kann man machen. Ich hab noch drei Stück. Wollen wir mal Team-Diff mitmachen? Aber warte, ich mach noch kurz Team-Diff mit. Oh, Digga, ne? Ja, hast du ne gute Lobby? Ja, bei mir ist volle Lobby, man. Ah, ich hab, ich lass das mit dem Auto, ich hab keinen Bock. Echt. Echt. Ey, wie bekommt man beim Überlegungskampf? 30.000, wenn man bis zur 10 Runde schafft. Was? Wie soll das? Ich hab grad erst mal 3,4 Mille gemacht. Das ist halt kein Game zum Geld verdienen, sondern ein Gehirn zum Zeitvertreiben. Wie, das nicht? Ne, äh, Überlegungskampf. Ja, was ist denn so ein gutes Geld? Da musst du gegen NPCs, ja, ich kenn das schon. Wo bekommt man denn so ein gutes Geld? Bei dem Glitzchen. Ne, nicht weiter. Ja, was kann ich mir noch kaufen, Digga, ich hab schon alles, Mann. Haha, Digga, er fährt. Lässt mich da reinsteigen, Digga hat LSC und zündet auf, Digga, er fährt sich wirklich. ... ... ... Das war's. Fuck you, Bessie! 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 Fuck me! Fuck you, Bessie! Fuck you, Bessie! Take cover! Fuck you, Bessie! 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 Alter, von wo denn, Alter, von wo, Alter, was ist ein guter Job, wo man Geld verdienen kann? Oh, fuck, Mann. Danke. Ja, keine Ahnung. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wie gesagt, umso mehr Spieler du irgendwo drin hast, umso mehr Geld verdienst du auch, wenn du gewinnst. Kommt dann immer auf die Spieleranzahl an. Kannst du jetzt beim Rennen, kannst du bis zu 100.000 verdienen, das muss bloß das richtige Rennen sein und genügend Leute müssen mitmachen. Zum Beispiel geht auch. Es müssen halt immer am besten volle Lobby machen, weil umso mehr verdienst du daran. Deswegen dauert es auch manchmal bis jemand ein Spiel startet, weil er einfach eine volle Lobby haben will. Okay. Ach, scheiße, dieses Deathmatch kann nur mit mehr Spielen gespielt werden. Ja, müssen wir jetzt auch hören hier drin, oder? Mitten drin. Fuck it up. Wann habe ich denn gelevelt, Alter? Hm? Das wird selber gar nicht mitgeschickt, Alter. Haha, wie geil. Hm, man kennt's. Ach, scheiße. Ja, ab Level 482 fällt einem ein Level auch nicht mehr auf, so wirklich, weißt du? Ach, shit. Na ja. Dann würde ich sagen, macht man nicht so viel aus. Na, ab Level, was weiß ich, ab Level 300 spätestens sagt ein Level sowieso nix mehr aus. Ne, auch wenn ich Level 60 bin, äh, oder? Was bin ich gerade? Level 70, warte? Level 69. Da kannst du hier auch, äh, Philipp fragen, nee, der ist nicht ohne den, auf jeden Fall. Ja, ist auch, ich kenne auch mal so Leute, die nicht Level 100 sind oder so, aber wenn wir jetzt zwei, die den gleichen Skill haben, das gleiche Aim haben, und der eine hat Level, was weiß ich, Level 50, der andere hat Level 500, da wirst du schon Unterschied merken an den Figuren alleine, wer da früher stirbt. Na, ne, das nehmen wir mal an, Läger, er ist Level 500, aber ich hab trotzdem MK2, Gefecht zum G, mit euch trotzdem gegen die Wand. Ja, aber wenn ihr beide die gleiche Ausstattung habt und das gleiche Aim, dann wird's trotzdem eher für ihn ausgehen. Ich mein, halt so ein Szenario, weiss? Hm. 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 Ich hab' Level 111er drinne grade. Da wir grad mit diskutieren, wer mehr Geld verdient hat. Ich geh' einfach auf die Gesamteinkommen. Ich geh' einfach auf die Gesamteinkommen von 151 Millionen. Hm. 151 Millionen? Das ist ja ein bisschen was. Mit Level 70 angeneigt oder? Ja gut, weil selbst da hat das Level nichts zu sagen. Du kannst dich halt komplett aufs Geld konzentrieren, da verdienst du halt trotzdem extrem viel. Der einzige Daigellbuch, das bin ich. Na lust, ich habe zwei, alle innen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wie lange holst du noch mal lange? Weiß nicht. Ein bisschen. Das heißt? Mal gucken. Das ist spontan. Kennst du mich doch? Ja, weiß ich ja. Gestern habe ich auch gesagt, mal lange und dann habe ich einfach aufgehört. Kannst du noch mal bitte geil in dem Mikro sprechen? Gute Nachts, Hanni. Schlaf schön, träumen was Süßes. Ich finde das geil. Sehr schön. So. So rein. Ciao. So. Dann spielen wir jetzt noch eine Runde winner war. Sprachstätte nicht möglich. Sprachstätte nicht möglich. so geht es auch ich liebe nati probleme schreibt mir in kommentare ob er es kennt ich weiß gar nicht warum es in diesem game jetzt gerade geht ich hätte mir das mal durchlesen sollen oh gott das war falsch ach so ja okay jetzt habe ich verstanden hat er da gerade eine bombe gelegte basse hat scheiße jetzt bin ich meine eigene mp gefahren ich idiot ich muss da weg ich muss da weg fahr doch wieder dicken weil der ich reihe das spiel hat nicht weißt du jetzt habe ich es okay okay der ist zerstört worden der ist okay so lange habe ich und habe erst gesagt ich verstehe das spiel aber verstehe meine fähigkeiten nicht blöd oder was die locker kriegen müssen was so dass der kaputt der lkw auf dem morgen nicht gehen das macht keinen sinn mach alle selbst du ließ natürlich hier es ist wir ist es es Was hat denn der jetzt auf mich abgesehen, der Bastard? Digga, geht's dir gut da unten, oder was? Du hast hier Stück, hä? Du willst Stress, Alter? Komm her! Hä? Alter, fick dich ins Knie, Alter. Perne, Alter. Dreckige. Scheiße, Mann. Ja, cool. Drehen, ja klar, komm. Drehen wir am Rad, Alter. Wieder runter am Rad drehen hier. Was kriege ich? Eine Falle. Super. Toll. Was soll ich denn mit einer Falle? Verdammte Kacke. Sind die überhaupt die Gegner? Wie wechsel ich zur nächsten Falle? Gib dich zum Ziel. Ja, super. Will ich gar nicht. Ich will die nächste Falle. Nächste Falle. Ja, eins. Ja, das bringt mir gerade nichts. Ja, ne, ne, ne. Ja, tatsächlich. Aber das brennt halt alles schon. Das bringt mir gerade nichts. Wollt ihr mich trollen, oder was? Kann ich jetzt mal wieder langkommen, bitte? Läuft halt keiner lang, oder so, weißt du? Ich hab eine Falle, Alter. Ne, Alter, das macht einfach keinen Sinn, weißt du? Ich bin ja auch voll alleine in der Party. Wie gemein. Fuck, Alter. Keiner mag mich. Alle hassen mich. Shit. Und das Spiel ist vorbei, Alter. Ich hab gerade 5.000 bezahlt, Alter. Ich will wenigstens noch wissen, was ich gekriegt hab, Digga. Ja, pfff. Scheiße. Ja, Mann. Gut. Diesmal war ich nie unter den Tops dabei. Scheiß einfach drauf. Was soll jetzt passiert, ne? Also, man kann nicht alles haben. Ja. Aber. Aber. Ich hab wenigstens Schaden gemacht. Und damit am zweitmeisten sogar. Alter. Das ist assi. Einer hat mir zum Beispiel einen Kill geklaut. Hä? Ich hab keinen Kill gemacht? Digga, verarscht mich nicht. Ich muss so einen Kill gemacht haben. Digga, und weil jetzt sowieso gerade totale Ruhe herrschen sollte. Immer in Stream. Uh. Da hab ich ein bisschen zu übersteuert. Mach ich die Musik mal wieder ein bisschen lauter. Wenn es zu laut ist, einfach in die Kommentare schreiben. Und weiß ich Bescheid. Ne? Muss er ja wissen. Der kleine, dicke Felix. Muss er ja wissen. Einfach Bescheid geben. Oh, dieser Schnuppen, alter. Und dieses nicht Nase putzen dürfen, alter. Das ist echt asozial, alter. Quank. Einfach quank. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? So lange hier eh nichts passiert, äh, ich stelle euch mal ganz kurz auf B-White-Back. Ich muss noch mal was einstellen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich weiß halt nicht worum es hier diesmal geht oh wieder deathmatch das hat dann schon mal erwischt man ich habe mich gerade selber gegrillt nein 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 hör auf mann wer mal der ich habe ein kill gemacht läuft und jetzt muss ich hier weg sonst bin ich der nächste der stirbt ich muss da rein ich muss da rein ist die falsche garage oh ich bin der falschen garage scheiße gott nein ich muss auf die andere seite alter muss halt echt auf die andere seite rüber ich werde hier gerade total zerfickt und muss noch auf die andere seite um mit meinem partner zu weg sind oh wie gemein ist das denn bitte scheiße das gefällt mir gar nicht dreck gut dieses diesen teil des spiels habe ich halt noch nicht gerallt oh das habe ich jetzt aus der singe gedrückt aber die ist natürlich so nicht schlecht aber ich habe ihn habe ihn ist gestorben ja man da muss ich ihn gehabt haben geil komm das machen wir gleich nochmal das ist meine grün ist gerade unter mir lange gefetzt wenn nichts gutes gut 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 gemacht aber es ist egal wenn er zielbär der ist genau so nice und habe alle nahmen auch einmal durch scheiße man was ist denn los mit mir ja den soll ich auf jeden fall gehabt haben nice nice komm noch eine runde der gott übelst gepackte fach was denn hier los machen wird das ist ja mit mir los muss muss man spielkamera anhalten müssen unterstützen der krieg gerade rät hier auf die fresse wie so aussieht uuuh 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 das war aber nicht mehr uuuh gott jetzt blöd heute uuuh 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 shit man komm gleich nochmal gleich nochmal gleich nochmal immer rinder immer rinder uuuh oh uuuh da wurde mein partner zerstört fuck man das ist natürlich mies das ist natürlich mies wirklich Ach, wir haben noch einen. Krass, geil. Jetzt nehmen wir noch zwei Pinke. Jetzt müssen wir mit den Pinken wegkotzen. Nicht in die Boxengasse fahren, Digga. Was auch kein mehr zum Ausweg zu tun? Du bist so alleine. Junge. Oh, shit. Das war mies. Das hat der Pinke. Die Humming noch kriegen muss. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber ich habe ihn nicht erwischt. Nein, unser letzter wurde erwischt. Scheiße. Oh, das war ein Anfänger. Der wusste halt noch nicht, was er machen soll. Da bin ich auch überhaupt nicht böse. Zum Anfang ist das halt ein bisschen schwierig. Shit. Das ist natürlich assi gelaufen. Leider. Aber was willst du machen, ne? Man kann nicht immer gewinnen. Alter. Es hat niemals erkältet, Leute. Es ist einfach cringe, Alter. Es macht aber keinen Spaß. Es hat fast sechs Stunden am Stream, Alter. Aber mein Chatbot kommt da irgendwie nicht hinterher. Der zeigt mir hier irgendwas von 3 an. Verstehe ich nicht, Alter. Verstehe ich aber nicht. Irgendwie struggle der so ein bisschen rum, gerade. So unterwegs. Es ist schon ein bisschen stressig. Muss ich leider mal so sagen. Achso, das bin ich, Alter. Ich dachte, da fährt ein Auto. Alter, was los? Ich hab mir jetzt an wie so ne Dampflok, Alter. Ist das eklig. So, dann geb ich hier nochmal schnell was ein. Du machst dich nicht übel, Leute. So, kann weitergehen. Ähm, ja. Bandido, ne? Alter. Hat ja Spaß gemacht, ne? Habt ihr gesehen. Also mir macht das Fade so viel. Und ich bin immer so blöd, aber dadurch kann ich halt die Minen zerstören. Das ist natürlich auch praktisch. Praktisch gesehen super. Mit Bandido einfach die Minen zu zerstören. So kann zum Beispiel mein Anfängerfreund hier. Ähm, ja. Nicht unbedingt gleich zerstört werden. Den hab ich schöner mitgegeben, Leute. Den hab ich schöner mitgegeben, Leute. Schöner mitgegeben. Komm, noch weiter. So lange, bis ich selber ran darf, Alter, muss ich meine Leute ein bisschen unterstützen, hier. Fack, Mann. Nein, jetzt darf ich nicht explodieren. Scheiße. Fack, Mann. Damit hätte ich rechnen müssen. Nur früher. Ich werde eingewechselt, so ein Scheiß, Alter. Wo soll man selber fahren? Ups. Ja, ich weiß, dass die Gasse verlassen muss. Geh mir doch nicht auf den Fiss, Alter. Wow. Da hat es aber eine direkt auf mir abgesehen, oder was? Ah, scheiße. Das war gar nicht mit meiner kinetischen Mine. Fuck. Das war einfach... Das war einfach nur dumm. Mann, ich muss im richtigen Winkel sein. Oh, scheiße. Gott, was? Scheiße, das ist natürlich richtig missgelaufen. Scheiße. Aber wir gehen halt nicht auf, Alter. Wir gehen halt wieder mit dem Z-Buggy hier rein. Oh, Gott. Wir sind da komplett raus, Alter. Und jetzt kann ich mir nur entscheiden, ob ich will, dass Lila oder Pink gewinnt. Das ist natürlich kacke. Scheiße. Wie er falsch getimt. Und jetzt ist der Lila. Und jetzt ist der Lila. Ich bin jetzt bereit, dass Sie ihn aufhören können. gar keine Kontrolle mehr alter egal man kann mit dem Ding auch über ins Geistanz machen scheiße da bietet ab alter wenn ich den ja mit wenig Schaden gemacht habe alter weiß ich auch nicht das ist halt assi gelaufen so da vorne struggeln die sich eben jetzt muss ich genau richtig ankommen was denn nu alde verstehe ich nicht zwangeln sich halt jetzt auf der anderen Seite oder was ja geil so ein Bußführer scheißteil wäre geil ne alle wieder packt alte ich bin auch zu blöd mann hier richtig einzusetzen scheiße das natürlich als sie gelaufen das natürlich schade das natürlich schade welchen war ich denn bitte wo bin ich da unten einfach mal letzter meine augen trainiert schon weißt du den scheiß schnuppen das ist nicht schön das nicht schön muss man jetzt sagen das nervtöten ja schön ist das nicht und eine neue Runde so lange vorbei und das ist halt schon wieder auf der Ersatzbank alt der was denn los mehr standard gemäß gleich mal Rheiner alter wie mein Auge getrennt alter ist halt einfach nicht schön so scheiße über mich drüber gefahren alter gut ich wurde halt noch nicht eingewechselt ich weiß auch bloß nicht ob mein Mitspieler checkt dass er eingewechselt wurde weil er bleibt einfach stehen Digga verlos alter wow alter was geht oh gut ach scheiße man super jetzt bin ich dran alter weil der andere halt total verprennt hat die rausgefahren leise scheiße bloß keine mine erwischen digga bloß keine mine erwischen hat der schon schrott oder was kacke da bin schrottes auto angegriffen nice da ist das krieg auch bloß ich hin mal lass mich doch in ruhe alter mein team ist doch sowieso schon so gut wie raus was wollt ihr denn der gibt uns auch eine minimale chance leute blöd mann lass mich alter war es eng schon wieder alter hör mal auf jetzt alter digga diese schwule geschützt um scheiße weißt du wehe du detonierst jetzt wehe oh du fotze du hässlicher frosch alter das kann doch wohl nicht dein ernst sein du mist alter miss marple für arme alter ich habe mir zwar dämlich wie sau angestellt aber das habe ich echt nicht verdient gehabt mit der von der drohne zerficken zu lassen echt das ist ja wohl unter aller sau oder was der hier struggelt hat immer noch so rum weißt du dir packt doch ohne hände der miese drecksack alter das ist doch kein wunder dass die ständig gewinnen oder was ja ich habe ihn trotzdem noch zerstört scheiß doch was drauf was für eine miese kacke war das denn alter was würde auch für leute drinnen leute die zum beispiel eminem nicht kennen alter ich meine ich bitte euch wer kennt denn eminem nicht das ist einfach traurig also da kommen wir schon allein deswegen kommen schon wieder tränen in den augen versteht ihr das ist einfach nicht schön da steht sowas nicht können wir was anderes machen ja super ich kann das gar nicht erst lesen hier bomb war immer geil gewesen so weißt du aber nee wozu wozu mal ne runde bombball spielen ich muss unbedingt mal lernen die ganze zeit in kamera zu gucken wenn ich gar nichts besseres zu tun habe damit ich auch wirklich mit meinem chat rede mit meiner community die mir zuguckt die mich halt unterstützt also ihr meine besten leute ich liebe euch das muss mal so gesagt werden so jetzt sind es noch fünf sekunden habe ich die sechs stunden marke erreicht ebenfalls noch mal in zwienprogramme begleite ich da wahrscheinlich schon drüber ihr sechs stunden mal wieder voll am start für euch ich bin irgendwie ich weiß nicht von mir heute morgen aufgebracht auch gar nicht so früh alter und daher geht das eigentlich noch setzte mal als sonst sind schon zu gemacht habe habe ich bin ja vorher so irgendwie weiß nicht weil ich halt vorher schon zwölf stunden machen oder so das ist echt das tue ich nur für euch weil ich euch liebe aber da ich sowieso gerade mein einziger zuschauer bin kann ich mal kurz hier auf nachrichten antworten gut darauf brauche ich jetzt nicht antworten dass man nachher in der sprachnachricht alles cool alles nice yo geht es hier auch mal weiter oder hängen wir jetzt ewig in so einem ähm fick roten bildschirm fest als die straße der hölle da boah alter was denn los ich glaube man sieht mir das voll an dass ich leicht erkältet bin oder weißt du rote augen ich weiß es nicht scheiß müssen wir halt jetzt auch voll loslesen aber irgendwie das ist nicht so schön das ist nicht so schön und danke dafür nochmal falls ihr es nochmal angucken soll das passieren danke dafür wie gesagt nächstes mal wenn du wieder bock auf klamotten von mir hast gerne nochmal im streamlabshop vorbeigucken dann wirst du mich auch wenn ich gerade live bin am streamen und du dir den dann da kaufst wird das halt auch im chat angezeigt also also hier im stream als alert ich kann nochmal kurz nochmal an alert einschalten wir hatten ja heute schon ein paar abonnenten und von daher kann ich ja nochmal kurz hier einblenden hier so eine alert zum beispiel ist halt krass das auch schon wieder zwei stunden her ist seit die abonniert haben alter das ist einfach krass ja und dann kommt wieder diese chat nachricht das ist auf jeden fall sehr sehr nice das ist das ist ein mörder ist das gefällt mir auf jeden fall also danke für jeden der auf jeden fall heute abonniert hat jetzt passiert hier im spiel aber nichts mehr das ist echt traurig leute dass ich GTA anscheinend bei mir aufgehängt hat und ich jetzt auch keine grund sehe was nochmal neu zu starten weil das würde mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zurückwerfen ich bin jetzt nicht müde oder so aber allein durch die krankheit und die operation die ich ähm vorgestern mittlerweile hatte fühle ich mich halt auch nicht so äh doll und würde jetzt sagen wir wenden den stream ich bedanke mich für jeden der heute abonniert hat ich bedanke mich für jeden zuschauer der heute mit dabei war ich bedanke mich für jeden der meine streams teilt und meine videos ich bedanke mich noch mal bei jedem der kommentiert der immer mich heftig unterstützt ich bedanke mich einfach bei allen von euch dankeschön danke dass es euch gibt und danke dass ihr da seid wir sehen uns beim nächsten mal ich wünsche euch auf jeden fall was und ciao euer felix